Liebe und geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Interessierte, heute in aller Knappheit ein sehr wichtiges Thema, was in der Vergangenheit sehr häufig, will ich mal sagen, manchmal ideologisch, manchmal idealistisch verwendet wurde, aber es ist ein wichtiges Thema, weil es mit ganz elementaren Akride-Elementen zu tun hat und das ist die Begrifflichkeit der Umma. Ich möchte einmal von dem Begriff Umma weg, wie er in den letzten 10, 20 Jahren verwendet wurde, da ist es ein mehr oder weniger idealistischer Begriff gewesen und möchte kurz vorstellen, was eigentlich dahinter steht. Ich spare mir einmal die ganzen fachspezifischen Definitionen und so weiter und sage mal ganz kurz, das Wesentliche bei dem Begriff Umma ist eben nicht ein Volk oder nur eine Religionsgemeinschaft. Das ist nicht ausreichend. Eine jede Umma ist fest verbunden mit einer Prophetenpersönlichkeit. Das islamische Konzept von Umma ist tatsächlich die Gemeinschaft aller Menschen, die sich einem bestimmten Propheten respektive seiner Botschaft zugehörig fühlen. Deswegen spricht man im islamischen traditionellen Kontext völlig korrekt mit der Ummatul Muslimin, Ummatul Nasara, Ummatul Yahud, Ummatul Majus und so weiter. Also von der Ummat der Muslime, der Ummat der christlichen Menschen, der Ummat der jüdischen Menschen, der Ummat der Zogastrier und so weiter. Und dieser Begriff ist nicht nur spezifiziert von Seiten des irrenwerten Korans auf den Islam. Es ist der Begriff, Allah hat zu Recht und mit einer gewissen Absicht bestimmte Prophetenpersönlichkeiten ernannt, hervorkommen lassen unter den Reinsten der Menschen und sie beauftragt, eine Gemeinschaft zu sich zu ziehen. Jeder Prophet hat seine Gemeinschaft und die ist unverwechselbar und sie hat eigene Regeln und sie hat eigene Bestimmungen und sie hat einen eigenen Lebensweg. Aber das Charakteristische ist, dass eine Ummat ohne die Verknüpfung an die Persönlichkeit eines Propheten nicht denkbar ist. Letztlich gehören drei Dinge zum Begriff einer Ummat. Und dieser Begriff ist nicht deckungsgleich mit einem Volk, die das manchmal gerne falsch übersetzt wird, hat auch nichts Ethnisches an sich. Es ist völlig egal, von welchem Volk, von welchem Clan, von welcher Hautfarbe jemand herkommt. Solange sich ein Mensch zu einer bestimmten Prophetenpersönlichkeit bekennt und dem, was damit einhergeht, gehört er zu der entsprechenden Ummat. Das war bei der Ummat des Islam nicht anders als mit den früheren. Wie ist das jetzt gedacht? Die Idee ist, Allah Ta'ala ernennt einen Propheten. Er lässt einen Propheten hervorkommen. In dem Moment, wo dieser Prophet hervorkommt und den ersten Teil der Herabsendung, der Offenbarung erhalten hat, ist er in sich selbst schon im Nukleus eine Ummat. So heißt es ganz zu Recht von Ibrahim, dass er eine Ummat für sich selbst war. Gemeint, als noch niemand anders ihm beistand, als noch niemand anders mit ihm war, war er bereits eine Ummat. Und die Grundidee ist halt, diese Prophetenpersönlichkeit, die zu Beginn einer jeweiligen Ummat steht, erhält von Allah Ta'ala eine Herabsendung, erhält Worte, erhält Ermahnungen, erhält Regeln. Und all das führt zu einer speziellen Form des Lebens. Eine jede Ummat ist gekennzeichnet durch eine spezielle Art, wie sie die Welt betrachtet, auch wie die Welt sie betrachtet. Diese Ummat ist gleichzeitig synonym für einen bestimmten Lebensweg. Sie verkörpert etwas. Und darum zum Beispiel im konkreten Beispiel des Islam, heißt es, Auf das ihr, gemeint die Muslime, am jüngsten Tag Zeugnis ablegen sollt, gegenüber allen Völkern und allen Gemeinschaften. Und der Prophet, der Gesandte, soll gegen euch Zeugnis ablegen. Das ist das sogenannte doppelte Zeugnis. Wie ist das zu verstehen? Jeder, der sich zu einer Ummat bekennt, verhält sich entweder gemäß der Regeln, die diese Ummat bestimmen, oder dagegen. Jeder, der sich zu dieser Ummat bekennt, gehört auf eine bestimmte Weise zu ihr. Allerdings manchmal auf eine gute Weise, manchmal auf eine nicht so gute Weise. Aber diejenigen, die sich zur Gemeinschaft des Propheten Mohammed, in unserem Falle, bekennen, und sich bemühen, aufrichtig zu sein, salih zu sein, für die wird der Prophet, alaihi salam, am jüngsten Tag Zeugnis ablegen. Sie sind diejenigen, denen die Bezeugung des Propheten als ein Recht zukommt. Die Fürsprache auch, die Shabar. Und diejenigen, die sich nicht so verhalten haben, diejenigen, die sich zur Ummat zählten, aber sich nicht um ihre Regeln kümmerten, die haben sich im Grunde auch gegen den Propheten versündigt. Und Allah wird am jüngsten Tag den Propheten, alaihi salam, fragen, weißt du, was deine Ummat getan hat? Und nach manchen Überlieferungen sagt der Prophet dann trotzdem, weil er für die Menschen gut sagen will, aber sie sind doch meine Ummat. Hier ein wichtiger Punkt. Bekennen sich denn die meisten Menschen heute zu ihrer Ummat? Ich will nicht von den anderen Religionsgemeinschaften sprechen. Das ist nicht meine Sache. Ich rede jetzt mal von den Muslimen. Es gibt sehr viele Muslime mittlerweile, die relativieren die Botschaft des Korans. Und es gibt auch sehr viele, denen die Persönlichkeit Mohammed sallam nicht viel sagt. Es gibt sehr viele, die meinen, dass der Islam ihnen nichts vorzuschreiben habe. Und es gibt noch mehr, die meinen, dass man nichts an Wissen sammeln müsste und nichts an Erkenntnis und trotzdem ein guter Muslim sein könnte. Ich will nichts gegen diese Menschen als Menschen sagen, kommt mir nicht zu. Und ich sage auch nichts über ihren Iman, kommt mir auch nicht zu. Aber eine Sache muss ich sagen aus Verantwortlichkeit. Wer sich so verhält, weiß nicht, was Ummat bedeutet. Und ich fürchte, dass das mit der Fürsprache am jüngsten Tag schwierig werden wird. Kommen wir zum Desighting-Aspekt der Ummat. In den letzten Jahren, ich würde sagen aus meiner Beobachtung in den letzten zehn Jahren, ist es so gewesen, dass der Begriff Ummat von sehr vielen islamischen Bewegungen und Richtungen in Anspruch genommen wurde. Aber der Begriff Ummat wurde hauptsächlich definiert als ein Begriff der emotionalen Zugehörigkeit. Nach dem Motto, wir sind ja alle eine Gemeinschaft, so quasi wir sind alle eine Familie, wir müssen zusammenhalten. Diese Definition musste schief gehen. Und sie ist schief gegangen. Hat Schaden angerichtet für die Definition. Nummer eins. Es kann sein, dass jemand Muslim ist. Und ich komme mit ihm nicht besonders gut klar. Ich werde seine Rechte achten. Ich werde ihn nicht beleidigen. Ich werde ihm nichts zu Leide tun. Ich werde versuchen, seine Würde zu schützen. Das heißt aber nicht, dass ich ihn persönlich leiden muss. Das ist ein großer Unterschied. Das muss ich nicht. Ich muss ihn respektieren. Ich muss ihm, weil er Muslim ist, weiterhelfen. Aber vielleicht besteht zwischen uns nicht das optimale Verhältnis. Das muss auch möglich sein. Das ist ja manchmal so. Das ist quasi nicht menschlich zu glauben, Jetzt würden alle Unterschiede aufgehoben. Oder jetzt müsste ich alle Menschen lieben. Das tue ich ja nicht. Das tut niemand. Und sehen Sie, ein Konzept, was völlig überhöht dargestellt wird, was zu einem reinen Ideal wird, hat hinterher mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Das ist aber schlecht. Denn der Begriff der Ummah war immer gedacht, von Anfang an vom koranischen Konzept über die Zeit des Propheten und der anständigen seiner Nachfolger, als ein reales, als ein lebbares Konzept. In dem Moment, wo das eine ideologisch gefärbte oder idealistisch eingefordene Idee geworden ist, hat der Begriff Ummah nach und nach an Wert in der Praxis verloren. Und heute, wenn man einen Menschen etwa im Alter von 20 bis 25 fragt, was ihm der Begriff sagt, er hat das sicherlich mal gehört, er hat das vielleicht mal gelesen, vielleicht hat ihm jemand davon erzählt, aber besonders viel verbindet man damit nicht. Und wenn, eine sehr abstrakte Idee, ja, alle müssen Brüder sein, alle müssen Geschwister sein, das ist schön gedacht, ich würde sagen kindlich gedacht, aber das hat mit Realität nichts zu tun. Mit Realität haben drei Dinge zu tun. Fühle ich mich aufgerufen von Allah Ta'ala, dass ich mich nach dem richte, was der Gesandte Mohammed S.A.W. gesagt hat. Bin ich mir bewusst, dass ich, egal wie, mit dem Propheten A.S.A.W. irgendwie ein persönliches Band eingehe, einen persönlichen Vertrag geschlossen habe, über alle Grenzen von Leben und Tod hinweg, weil ich gesagt habe, ich bekenne mich zum Islam. Der Begriff Ummah ist eigentlich eine Art Vertrag zwischen Allah, dem Gesandten und mir und dem ehrenwerten Koran. Diese Dinge gehören fest zusammen. Und würde man eins dieser Dinge leugnen oder in Frage stellen, dann fällt der Begriff Ummah in seiner Wichtigkeit zusammen. Machen wir es einmal umgekehrt. Jemand sagt, ich bin Muslim und ich befolge den Koran und ich halte das alles für gut, aber ich denke, ich brauche mich unbedingt nicht nach allen Sachen zu richten, die der Prophet gesagt hat. Das ist so lange her. Heute leben wir anders. Dann würde ich sagen, dann kann er vielleicht Muslim sein, aber er kann keiner Ummah zugehören. Das ist nicht dasselbe. Der Begriff Ummah bedingt die persönliche Bindung an einen Gesandten. Erst durch diesen Gesandten kam die Botschaft zu uns. Die kam nicht einfach irgendwie durch die Luft geschwört. Sie wurde dem Gesandten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, übergeben und er hat sie seiner Gemeinschaft übergeben. Deswegen betont der Prophet alaihi wa sallam in so vielen Überlieferungen auch, wer immer sich nach dem Koran richtet und wer immer Allah und dem Gesandten folgen möchte, gehört zu seiner Ummah. Dieser Begriff Ummah ist tatsächlich also mit Al-Kitab der verbindlichen Herabsendung Allahs, mit dem Rasul, mit dem Gesandten verknüpft, der diese Herabsendung überbrachte, mit Allah, der der Ursprung von allem ist und zu dem man ja eine Beziehung aufbauen möchte und der Begriff Ummah ist nicht nur ein zugehörig sein oder ein zugehörig fühlen. Es ist also nicht das Emotionale allein, sondern es ist das Bewusstsein, einen besonderen Lebensweg zu gehen. Und deswegen kann man sehr schön fragen. Der Koran bestätigt das. Eine jede Ummah hat Shir'atan wa min haja eine besondere Art, wie sie Gebote und Regeln beachtet, wa min haja, eine bestimmte Lebensart, eine bestimmte Art zu leben. Und das ist legitim so. Eine jede Ummah unterscheidet sich von einer anderen Ummah und der Koran beschreibt das so, genauso wie es eine Kette von Propheten und Gesandten über die Geschichte hinweg gegeben hat, gibt es notwendigerweise auch eine Kette der Ummah, der Mehrzahl von Ummah. Viele Ummah-Formen folgten aufeinander. So heißt es, tilka Ummah mun khalat min kablikum. Dies sind Gemeinschaften, also Ummah-Gemeinschaften, die vor dir bereits dahin gingen. Manche Ummah-Formen blieben erhalten, manche nicht. Manche blieben unverändert oder nur teilweise verändert. Manche haben sich grundsätzlich verändert. Bei manchen Ummah-Formen ist es so, dass wir heute genau wissen, wie sie geformt waren oder sind und wie sie funktionieren. Und bei anderen wissen wir kaum mehr als den Namen, wenn überhaupt. Das spielt aber für uns persönlich jetzt nicht die Hauptrolle. Für uns ist entscheidend, wenn wir uns als Muslime betrachten und wenn wir sagen, wir werden durch ein Band, genannt Ummah, zusammengehalten, dann ist der Begriff Ummah nicht ein abstraktes Zugehörigsein, sondern es ist eine Art Bekenntnis. Ein Bekenntnis zu der Person des Propheten, ein Bekenntnis zu dem, was er gebracht hat und was Allah herabgesandt hat, zu der Bedeutung dessen, was herabgesandt wurde und es ist eine Art Selbstverpflichtung für einen bestimmten Lebensweg. Im Rahmen dieses Lebensweges gehört es sich nun auch, dass man danach strebt zu erkennen, was macht denn diese Ummah aus? Wenn wir jetzt einmal den wunderbar kindlichen, verbrämten Begriff Ummah und wir sind alle lieb miteinander beiseite lassen und jetzt fragen, was könnte der Begriff Ummah denn sonst bedeuten? Oder vielleicht, wie hat man den Begriff denn bei den Gelehrten vor unserem Jahrhundert verstanden? Vor der neuzeitlichen Interpretation? Dann würde man als erstes darauf stoßen, dass der Mensch nach Erkenntnis streben soll. Erkenntnis nicht zuletzt Erkenntnis, was Ummah bedeutet. Warum Erkenntnis? Warum nicht Wissen? Und warum wird heute so irrsinnig oft nach Wissen gerufen? Ist Wissen alles? Das Wissen als solches ohne Handlung, ohne Hintergrund, ohne Reflexion ist zwar wichtig, bringt aber nichts. So heißt es traditionell, es gibt Menschen, die wissen nicht und handeln. Die gehen irre. Und es gibt Menschen, die wissen, aber handeln nicht. Die sind feige. oder untätig. Faul. Und es gibt Leute, die haben Dinge zur Hälfte verstanden. Die haben vielleicht eine gute Absicht, aber sie richten mehr Schaden an als Nutzen. Und dann gibt es diejenigen, die haben eine Sache richtig verstanden, aber sind unfähig zu handeln aus irgendeinem Grund. Die bringen kaum was zustande. Da könnte man fragen, woran scheitert das? Ich glaube, es scheitert zuallererst daran, dass ein bloßes Wissen, was noch nicht zur Erkenntnis geworden ist, immer nur einen Teil abbildet. Und das gilt bei Oma ganz genauso. In einer Überlieferung heißt es, dass wir die Brüderlichkeit nicht wirklich beachtet haben, wenn wir nicht für unseren Bruder, analog für die Schwester, dasselbe wünschen, was wir für uns selber wünschen. Das ist die Wissensebene, wenn auch auf emotionaler Form. Eine Wissensebene. Ich weiß jetzt, so ist das überliefert. Jetzt mache ich mir Gedanken, ich versuche zu erkennen, was macht denn diesen Aspekt von Oma aus? Warum ist das so? Wozu führt denn das, wenn ich mich um den anderen im positiven Sinne sorge? Und wozu führt es, wenn ich es nicht tue? Wenn ich mich darum kümmere, dann entsteht ein Band. Und dieses Band passiert um der Regelwillen, die Allah gesetzt hat, um der Menschlichkeitwillen, um der Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeitwillen und aufgrund des Bandes mit dem Gesandten. Der Gesandte wollte das auch. Und so kommen wir wieder zu diesem Dreiklang. Allah wünscht es von uns, der Koran drückt es aus, der Prophet hat es sich persönlich gewünscht. Und wenn wir jetzt diese persönliche, tatsächlich eine persönliche Bindung zu dem haben und versuchen, das zu reflektieren, nachzudenken, wie könnte das jetzt genau gemeint sein, dann kommen wir zu einem ganzheitlichen Band. Eine Verbindung. Wir sagen, wir sind mit dem Gesandten Allah verbunden. Wir sind dem Wort Allah verpflichtet. Wir haben uns dem Schöpfer Allah gewidmet. Wir kennen ihn als Schöpfer an. Und alle drei, Prophet, Rab Sendung und der Schöpfer selbst verlangen von uns ein bestimmtes Statement oder modern gesprochen Commitment. Ein bestimmtes Zugeständnis an die Welt und an uns selbst. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man auch dazu steht, Muslim zu sein. Es kann keine Ummehr geben, wenn man nur im stillen Kämmer ein Muslim ist. Das sind wir bei ganz modernen Aspekten. Viele, viele Muslime schämen sich zu sagen, dass sie Muslime sind mittlerweile. Viele kümmern sich nicht darum, was das bedeutet, Islam. Noch weniger streben nach Erkenntnis in der Sache. Sie lernen viele Sachen, im besten Fall auswendig. Aber begreifen sie viel davon? Der Begriff Ummah erwartet mehr als nur. Ich habe ein paar Ayat und ein paar Hadithi gelernt und ich sage bestimmte Dinge und ich finde manche Sachen toll, aber es geht nicht um einen Freizeitpark. Es geht um etwas anderes. Es geht um einen geschichtlichen Auftrag, dass man mit Anstand in friedvoller Art und Weise mit Verständnis für die Menschen ein Beispiel dient und dieses Beispiel sollte nicht bei dem beginnen, der nicht zu dieser Gemeinschaft gehört, sondern zuallererst mal bei denen, die dazu gehören und dann geht es nach außen. Es ist ja nicht nachvollziehbar, dass ein anderer Muslim da ist und dem missachte ich, nur damit ich einem Bekannten etwas erkläre und dieser Bekannte, ob er jetzt Interesse hat am Islam oder nicht, gehört noch nicht zu meiner Gemeinschaft. Die Prioritäten stimmen nicht immer. Dann sagen viele, ja, aber du musst die Leute zum Islam einladen. Dann sage ich, richtig, das ist kein Problem. Aber die erste Pflicht ist nicht, Dawa zu machen. Das ist ein christliches Konzept. Wir haben als Muslime nicht den Auftrag, Dawa zu machen. Das ist nicht wahr. Wir können das machen. Es ist gesagt, wenn du über den Islam sprichst, wenn du meinst, dass in einem Menschen etwas Gutes ist, dann lade ihn auf die beste Weise ein. Aber wir haben keinen missionarischen Auftrag. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Wo steht das geschrieben? Wo ist das gesagt worden? Das ist nirgendwo gesagt. Es ist gesagt, wir sollen ein gutes Beispiel geben. Aber die Menschen kamen nicht zum Islam durch tausendfache Missionare, sondern sie kamen zum Islam, weil sie Gutes in den Muslimen gesehen haben, in dem Beispiel, in dem Zusammenleben. Und hier zeigt sich der Begriff Oma von seiner wörtlichen Seite. Zum Abschluss möchte ich mich ein bisschen beziehen auf die aktuelle Lage, in der wir sind. Ich weiß, das ist schwierig und ich weiß, das ist in jedem Land auch anders. Dieser leidige Begriff Corona, ich will das gar nicht erwähnen, hat Folgen bezeichnet. Es führt dazu, dass viele Moscheen nicht mehr lebendig sind. Es führt dazu, dass viele Menschen keinen Kontakt miteinander haben. Man entsinne sich, wie das vor dieser Krise gewesen ist. Haben die Leute sich nicht umarmt? Haben die Leute nicht nebeneinander gesessen? Haben die Leute nicht Nähe gesucht? Haben die Leute nicht versucht, gemeinsam näher zu kommen? Gemeinsam Interessen zu pflegen? Haben sich gefreut, wenn sie sich begegnet sind? Und jetzt? Diese Krise macht mit uns viel mehr als wir ahnen. Und das schädigt unter anderem den Oma-Begriff nachhaltig. Warum so? Es könnten ja Leute sagen, ob du jemanden in die Hand schüttelst oder ihn mit dem Ellenbogen gehörst oder irgendwas macht ja nicht viel aus. Ich sage doch, es macht etwas aus. Als erstes, die Al-Badad, die gottesdienstliche Handlung des Islam, enthalten körperliche Aspekte. Und wenn gesagt ist, dass sich die Prophetengefährten im Gebet berührt haben, dann haben sie das aus einem guten Grund gemacht. Wenn es so ist, dass ich anfange, mich aufgrund irgendwelcher Krankheitsfragen vor meinem Bruder, meiner Schwester zu fürchten, dann ist das nicht nur gesellschaftlich zerstörend, sondern es ist auch immer zerstörend. Jetzt könnte man sagen, man muss doch vorsichtig sein. Ich sage, das soll man mit Fingerspitzengefühl, mit Verstand machen. Aber man darf den Menschen nicht allein lassen. Und man soll sich auch nicht selbst in die Einsamkeit begeben. das mag manchen kreisen recht sein, aber das ist nicht, was Allah und sein Gesandter uns bestimmt haben. Ich möchte es zum Abschluss von einer anderen Seite einmal beleuchten. Ich glaube, dass der derzeitige Zustand eines großen Teils der muslimischen Menschen weltweit, egal in welcher schwierigen oder furchtbaren oder zurückgeworfenen Lage sie sind, Ein Ergebnis davon ist, dass die Menschen sich um den Begriff Ummah nicht gekümmert haben. Nicht in Wirklichkeit. Und wenn sie einmal wirklich in sich gehen und wenn sie einmal schauen, auch die Länder mit der sogenannten muslimischen Mehrheitsbevölkerung, ich will es vorsichtig ausdrücken, egal wo, haben da die Menschen sich denn mehrheitlich zumindest versucht, sich nach diesen Regeln auszurichten oder waren das, wenn wir ehrlich sind, nicht traditionell ererbte Dinge, gute natürlich, aber doch letztlich ererbte, waren es wirklich Dinge, die man mit Bewusstsein aus einem innerlichen islamischen Verständnis gemacht hat oder waren das Sachen, die man einfach gemacht hat, weil sie Tradition waren. Allah sieht in die Herzen und Allah weiß ganz genau, warum wir etwas tun und warum wir etwas lassen. Ich bin fest überzeugt, dass die Lage, die wir jetzt seit so vielen Jahren immer schlimmer werden sehen und die langsam aber sicher wirklich auf etliche Katastrophen zugesteuert ist, dass diese Lage nur passieren konnte, weil wir ganz grundsätzliche Dinge außer Acht gelassen haben. Und dazu zählt, dass wir uns in vielen Fällen gar nicht einmal bemüht haben, so etwas wie Umma lebendig werden zu lassen. Der Idee von Umma ist nicht gedient, wenn man das zu einer hübschen netten Idee macht. Sondern es ist damit gedient, dass man versucht, etwas gesellschaftliches aufzubauen. Hier ist der meiste Schaden passiert. Wo immer Sie hinschauen, zu den sogenannten muslimischen Mehrheitsgebieten, werden Sie finden, dass der gesellschaftliche Zerfall, vor allem in den letzten zehn Jahren, immens fortgeschritten ist. Mit dem Zerfall der Familie, mit dem Wegfall von vielen Aspekten von Großzügigkeit, gleichzeitig aber auch mit Verarmung und so weiter und so fort. Also wenn Sie das einmal genau betrachten, es sind viele Faktoren, aber wenn Sie genau hinterschauen, dann merken Sie, dass in vielen, vielen Fällen, und das kann ich an etlichen Dingen selber erkennen, Betrügerei dahinter steht, dass man dem anderen etwas neidet, nicht, dass man ihm etwas Gutes will, dass man nicht mehr zusammenarbeiten kann, dass man am Ende sagt, jeder für sich, das, was wir immer, jetzt meine Generation zum Beispiel, 1966 geboren, was wir immer getadelt haben bei den westlichen Mehrheitsgesellschaften ist hier zum Osten endgültig angekommen. Das hat Folgen gehabt. Und wir heute, wenn wir es einmal genau betrachten, weltweit gesehen, stehen vor einem Scherbenhaufen und wie ein guter Freund das einmal ausgedrückt hat, wir suchen die letzten Reste der Glut unter einer haushohen Aschenwand. Ja, wir haben eine haushohe Aschenwand und der Außenstehende meint, da ist nichts Lebendiges mehr drunter. Aber es ist. Aber das muss man suchen. Der Zugang zur Wirklichkeit des Islam fällt im Laufe der Zeit immer schwerer. Von Internet Predigern von radikalen Schreihelsen mal abgesehen. Von all den Leuten, die uns irgendwas erzählen wollen und nichts als auswendig gelernte Texte haben. Abgesehen von all den Leuten, die uns erzählen wollen, als nicht muslimische Fachleute, was der Islam alles ist, bis hin zu den Nestbeschmutzern, die wir aus dem inneren Kreis haben. All diese Dinge sind ja nur kleine Stückchen eines Kaleidoskops. Kleine Stückchen eines Mosaiks. Und wenn man das einmal im Ganzen betrachtet und schaut, wo stehen wir jetzt? Oder sitzen? Oder liegen? Und wo könnten wir sein? Schon allein, wenn Sie den Unterschied sehen, wo waren wir in den 90er Jahren und wie sind wir jetzt? Es gab Moscheen, in denen die Leute sich versammelt haben, in denen die Leute zusammen gegessen haben, indem sie die Nächte in Gottesdiensten verbracht haben. Weg. Es gab Moscheen, in denen sind die Leute erschüttert gewesen, wenn es zum Gebet gekommen ist. Heute steht man geht raus, wenn überhaupt. In wie viele Moscheen gab es weiterführende Vorträge und Unterrichte? Natürlich nicht überall, aber es gab solche Dinge. Heute? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass man das ganz grundsätzlich bedenkt. Oma ist ein Prinzip, das lebendig erhalten werden muss. Das kann nicht etwas Abstraktes sein. Und noch einmal zum Abschluss. Oma ist gekennzeichnet durch drei wichtige Kriterien und alles weitere ergibt sich daraus. Es ist gekennzeichnet von der persönlichen Bindung an den Gesandten Mohammed Es ist gekennzeichnet durch eine Bekenntnis zu dem, was Allah herabgesandt hat. Wir sagen der Sinn und das Wort des Korans und indirekt die Summa mit. Und drittens die Verbindung zu dem Schöpfer selbst der Wunsch zum Schöpfer zu gelangen in Erkenntnis im Gottes Bibel Und aus diesen Dingen kommt heraus eine bestimmte Lebensweise und eine bestimmte Art von Regeln die man beachtet in der Praxis Und wenn man all das zusammennimmt dann sieht man man muss Zeit seines Lebens sich bemühen Erkenntnis zu sammeln nur ein bloßes Wissen alleine genügt nicht man muss Wissen sammeln Praxis sammeln mit Menschenliebe Gemeinschaften gründen und schauen dass man das lebendig werden lässt alles alles was was ich im Moment sehe führt auf das Gegenteil hinaus die Leute halten Abstand voneinander die Leute kommen kaum mehr miteinander aus es geht um Selbstverwirklichung allein goal jemand Möchte Jahre seines Lebens mit Wissen mit Wissen und mit Erkenntnis sammeln verbringen Gut. Aber ein bisschen muss man investieren. Es ist klar, in allen Dingen unseres Lebens, wer nichts investiert, bekommt nichts raus. Wenn wir nicht investieren in diese Form von Gemeinschaftsleben, dann werden wir auch kein Gemeinschaftsleben herausbekommen. Das ist völlig klar. Ja. Soweit möchte ich das als ein kurzes Statement bringen. Und für mich wäre es eine gute Sache, wenn Sie einmal über dieses Konzept von Ummah in diesem neuen Kontext einmal nachdenken würden und schauen, wie kann man so etwas auf eine friedliche, gute, feine, zielführende Art weiterbringen. Vielen, vielen Dank. Einen gesegneten Abend. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich habe für heute Abend verschiedene Sachen mitgebracht. Eine Frage, die wahrscheinlich sehr viele von uns schon gehört haben, nämlich die Frage, woher wir kommen. Heute würde ich sie in einem anderen Kontext euch stellen. Es soll kein Vortrag sein, wo jeder einfach sich Gedanken macht, wie man denn überhaupt sich reinfindet gegen den Referenten. Ich werde auch dich nutzen. Ich werde den Buch aufreden. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist für jeden. Wenn nicht, einfach bitte für den Chat melden. Übrigens wird Del Canis moderieren bzw. die Fragen und die Bemerkungen auch ein bisschen mit anleiten im Chat. Ich habe eine Frage. Woher kommst du? Und zwar aus welchem Bundesland? Du siehst die Farben hier gerade und deswegen möchte ich, dass du die Farbe gerade aussuchst, aus welchem Bundesland du kommst und in den Chat reinschreibst. Ich bin mal gespannt, wo die meisten herkommen. Dafür gebe ich dir jetzt mal ein bisschen Zeit vielleicht. Schau dich um. Mal sehen, wer in Erdkunde gut war. Ich habe auch nochmals zu den Bundesländern die Farben, die Farbwäsche zu öffnen, aber auch die Namen nochmals zu mir eingeschaltet. Bin mal gespannt. Haben wir schon ein paar Antworten, Jan? Das schaue ich auch mit uns. Ich sehe noch nichts. Na, so scheu. Okay. Dann lasse ich das mal so offen für unsere Beteiligten. Ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, noch während dem nächsten Folgen das einschalten, oder so dazu schreiben. Würde mich sehr freuen, einfach auch ein bisschen, ja, eure Beteiligung hier miterleben zu wirken. So, dann gehe ich weiter. Eine Frage, die eigentlich zentral ist. Wenn wir davon sprechen, wie es den Muslimen geht in Deutschland, sollten wir vielleicht auch erst mal eine Definition finden. Wer ist überhaupt ein Muslim? Dazu gibt es verschiedene Variationen oder verschiedene Möglichkeiten, wie wir darauf antworten. Heute werde ich aus dem Koran erst mal eine Definition mit euch teilen. Und zwar aus Surat Al-Imran, Vers 64. Die arabische Version siehst du gerade auf der Präsentation. Ich möchte auf die deutsche Übersetzung eingehen. Und ein Hinweis nochmals, es ist die Übersetzung von Emir Zaydan. Hier beginne ich. Sag, ihr Schriftbesitzer, kommt zu einem Wort, das gleichermaßen für euch und uns gilt, dass wir nur Allah verherrlichen und ihm gegenüber keinerlei Politeismus praktizieren und dass die einen von uns sich die anderen nicht als Herren anstelle von Allah nehmen. Sollten sie sich abwenden, so sagt, seid Zeugen, dass wir Muslime sind. Also etwas sehr Zentrales ist, dass Monetismus hier angesprochen wird, aber mit den Abredeinhalten seines Islams. Das ist nur ein Beispiel von zahlreichen Versen, die im Koran vertreten sind, um die Bezeichnung eines Muslims vorzufinden. Die Frage aber hier im deutschen Kontext wird immer wieder gestellt, womit ich konfrontiert werde oder auch andere Islamologen beispielsweise oder Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, gibt es den deutschen Islam? Also Menschen, Muslime, die die Religion Islam angenommen haben, erhalten eben auch diese Frage bestellt, weil die gemeinsame Sprache die deutsche Sprache ist und einige Definitionen oder Veränderungen, beziehungsweise nicht Veränderungen, sondern Verständnisfragen immer wieder auftauchen. Und da möchte ich eines unterstreichen. Aus dem islamissenschaftlichen Kontext kann man das unterstreichen, dass der Islam nur ein Islam ist, beziehungsweise es nur einmal existiert. Und auch die Frage zum Beispiel vor der Offenbarung, die Hinab-Sendung an den Propheten Mohammed, steht uns Segel sei auf ihn, ob es, was denn die anderen Propheten wären, die Propheten vor ihm. Und auch da ist die zentrale Antwort von allen Gelehrten sozusagen, dass es nur ein Islam gibt, dass es nur verschiedene Auflagen gab für jeden Propheten einzeln. Die zentrale Aufgabestellung, beziehungsweise das, was für uns nach der Hinab-Sendung, nach der Abschließung sozusagen der Prophetenreihe mit dem Propheten Mohammed steht und Segel sei auf ihn, sind es die Punkte, die wir jetzt gemeinsam durchspielen. Wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise, wenn ich zu schnell bin, Jan, gebt mir bitte ein Zeichen. Ich versuche so ein bisschen, ja auch mit Denkansätzen durchzulaufen den Abend mit euch gemeinsam. Ihr dürft gerne natürlich auch, wenn es zu schnell ist, mir ein Zeichen geben. Was jetzt ein Fall ist, ist Al-Kanal-Iman in der Aprila. Das sind jetzt zwei Fachbegriffe, die vielleicht den einen oder anderen irritieren könnten. Es geht darum, dass der Iman etwas ist, was verinnerlicht ist, verinnerlicht wurde von einem Muslim, also einem Mensch, der der ganzen, nicht nur das Wort Glauben nutzt, sondern volle Überzeugung ist, dass die Religion, Islam, der Glaube und die volle Überzeugung, dass es einen Schöpfer gibt, mit all seinen Attributen und der Prophetenschaft von Mohammed, Segel sei auf ihn, die zentrale Auswahl ist. Und zu Aprila gibt es auch natürlich verschiedene, da könnte man jetzt auch sehr lange darüber sich unterhalten, aber es ist wichtig, dass man sich mit der Aprila insbesondere als Muslim sehr nah beschäftigt, weil egal, ob man in eine bestimmte Familie hineingeboren wurde oder ob man zurück zu Islam in Nacht angekunden hat, das ist das wichtigste Element sozusagen, worauf wir zurückgreifen, wonach wir unsere Munya, also diesseits und jenseits, bestellen. Die fünf Säulen von Islam werde ich hier nicht nochmals wiederholen. Ich glaube, dass es für viele schon gängig ist, aber auf welchen Säulen es basiert und wieso es so wichtig ist, ist nochmals ein Thema, was ich jetzt nicht nochmals groß ausführen werde. Wenn da diesbezüglich noch Fragen sind, sehr gerne aufheben. Im Anschluss können wir darüber sprechen. Jetzt geht es aber auch darum, ich habe eben betont, es gibt nur einen Islam. Aber die Diversitäten, wie sie zum Beispiel in Nordafrika ausgelebt wird oder in Europa, sie sind ja existent. Sie sind da. Die Frage ist aber hier nicht, ob es dann verschiedene Islame gibt sozusagen, sondern vielmehr, in welcher Form, wie es verstanden wird, welche Quellen genutzt worden sind oder herangezogen worden sind. Und dass der Anspruch von Islam, universell zu sein, das heißt für alle Zeiten und für alle Bevölkerungsgruppen, also für das gesamte Geschöpf sozusagen, für die Menschheit zu sein, bedingt auch gleichzeitig, dass es dynamisch ist. Jemand, der in der Wüste ist, wird andere Bedürfnisse haben, aber wird sie trotzdem von Islam gestillt bekommen, wie zum Beispiel jemand, der an der Antarktis ist und genauso auf die Gebirgszeiten wahrnehmen möchte, wie jemand woanders in Europa. Deswegen ist diese Diversität, wie wir sie ausleben, was auch manchmal mit der Kultur vermischt wird, und Kultur ist etwas sehr menschliches, dynamisches und sind gesellschaftliche Namen teilweise, die nicht vor den islamischen Werten natürlich vorstehen dürfen, aber dennoch eine Form der Ausliegen sind. Von daher sind das Eigenschaften beziehungsweise Prozesse, ein Teil davon, wie es sich entwickeln kann und deswegen man hierfür auch Verständnis, aber auch gleichzeitig Freude an dieser Vielfalt empfinden sollte. In Bezug auf den Propheten Frieden und Zegen sei aufhin, möchte ich ein Beispiel bringen, wie er mit 20 Jahren in Hilfelfodul zum Beispiel aktiv wurde. Eine Gemeinschaft, die nur von bestimmten Menschen, von sehr reifen, erfahrenen Menschen bzw. Männern geführt worden ist und er in dieser Hilfsorganisation sozusagen mitwirkte. Etwas, was mich sehr lange beschäftigt hat und worauf ich sehr gerne zurückkehreite, ist ein Zitat, das ich jetzt mit euch teilen mag, nämlich ein Zitat, die folgendermaßen lautet, Islam ist wie Wasser, die Kultur ist wie ein farbiger Behälter. Wenn wir an dem Punkt gelangen, dann werden wir Islam viel besser verstehen können, aber auch den Vielfalt verstehen und annehmen können. Muslime sind sehr unterschiedlich, haben verschiedene Ansichten, haben verschiedene Auswirbungsarten, aber es ist absolut, solange es nach den islamischen Grundwerten wird legitim und es ist Vielfalt, es ist bunt, es ist schön. Was ich immer wieder sage, ist, dass die Welt auch bunt erschaffen wurde mit ganz vielen Farben, die wir als Geschöpft wahrnehmen dürfen. Und ich finde, dass es etwas Besonderes ist. Ich habe leider nicht direkt herausfinden können, zu wem dieser Zitat gehört. Es war, glaube ich, einer von den islamischen Lehrten, um an alle Fragen könnte es sein, aber ich hoffe, dass man mir das hier nachsehen kann. Ich habe es recherchiert, aber leider nicht mehr gefunden. Das war in meinem Notizbuch von den Vorträgen, die ich selbst wahrnehmen durfte. Jetzt komme ich zu der Hinabständung. Es ist zu einer Zeit und zu einem Ort passiert, wo ganz viele Sachen, menschliche Dinge auch vorhanden waren. Streitigkeiten, Unrecht, Unheil teilweise sogar unter den Menschen, dass es klassifiziert wurde, dass der Mensch nach Abstammung beziehungsweise nach materiellen Dingen usw. Und die Frage, warum denn es dann überhaupt direkt dort vor Ort aus dem Propheten Mohammed-Souls, wenn er aufgehend ist, weil er aufgehend hinabgesandt wurde, warum in Saudi-Arabien und nicht woanders geschäftigt werden, den einen oder anderen auch. Und es gibt viele Antwortsmöglichkeiten hier darauf, was viele Gelernte, auch aktuell in der Gegenwart leben, die Gelernte bereits getan haben, aber auch in der Vergangenheit. Ich möchte nur auf eins eingehen. Diese Hinabständung, die universell ist, die für alle Zeiten, für alle Menschen ist, egal wo sie gestartet hat. Es hatte sicherlich einen Grund oder mehrere Gründe. Aber was es heute für uns in Europa bedeutet, genauso für einen Muslim oder einen Nicht-Muslim, ist es ja nicht nur für Muslime, sondern für die ganze Menschheit, hinabgesandt worden, die Überzeugung, die eigene Entscheidung, hängt von Menschen ab. Die Frage, was es mit mir macht und was ich daraus verstehe, wie ich danach mich orientiere oder nicht, ist meine Frage. Hat mit mir was zu tun? Oftmals wird auch die Religion, also der Islam, als ein Religionsbündel dargestellt oder so verstanden. Ich möchte dann nochmals auf das Verständnis nochmals aus dem Kur'an hinweisen. Die Religion, also unser Lean, ist gleichzeitig unser Lifestyle. Was bedeutet das? Es begleitet mich nicht nur auf meinem Gebetsstück. Es begleitet mich nicht nur auf den Reisen wie Umrah oder Hatsch, also die Bürgerreisen, die kleinen und die große. Oder es begleitet mich nicht nur zur Fastenzeit, im Ramadan. Es begleitet mich auf der Arbeit. Es begleitet mich zu Hause, wie ich mit meinen Familienmitgliedern umgehe, wie ich mit meinem Nachbar umgehe. Ob ich beim Fahren vorsichtig bin oder anderen eben auch die Möglichkeit biete und versuche, safe und sicher zu fahren oder nicht. Es hat viel mit mir und mit meinen Verständnissen zu tun, weil meine Motivation aus meinem Lean herauskommt. Es ist eine ideale Vorstellung, woran jeder arbeiten muss, aber genau das ist es. Jetzt geht es aber darum, wenn mein Lean sozusagen meinen Alltag auch gestaltet beziehungsweise mitgestalten sollte. Die Basic ist sozusagen für das, wie ich handele, wie ich denke. Da muss ich mir ja auch die Frage stellen, was gehört überhaupt noch zu mir? Was ist wichtig an mir? Oder habe ich mich selbst schon erfassen können? Habe ich mir Gedanken gemacht zu mir selbst? Und es sind viele Möglichkeiten, wie man sich selbst bezeichnet oder worauf man zurückgreift. Aber die vielen Sprachen, die man spricht beispielsweise, ist ein Hinweis dafür, dass man selbst vielfältig ist. Dann mit Vielfalt ist hier zum Beispiel die verschiedenen Kulturen gemeint, die man durch diese Sprachen beispielsweise bedienen kann. Und dass das Ressourcen sind, dass das Handlungsalternativen gibt und verschiedene Möglichkeiten uns nochmals anbieten. Das ist etwas, was viele gar nicht so bewusst wahrnehmen. Es ist oftmals selbstverständlich, dass man mindestens zwei Sprachen spricht, dass man, wenn man das Land der Eltern sozusagen in den Urlaub fährt, dass man genauso gut mit den anderen kommunizieren kann, mit Intervanten oder Bekannten dort, wie hier in Deutschland, mit irgendjemandem im Zug. Aber nein, es ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Plus, ein Bonus, worauf man einfach sich, worauf man auch zurückgreifen kann, worüber man sich freuen darf. Die Frage, wer bist du, ist hier essentiell. Je mehr der Mensch sich selbst kennenlernt, je mehr der Mensch sich Gedanken über sich über seine eigene Persönlichkeit macht, desto mehr hat er die Möglichkeit, sich zu entfeißen, desto mehr kann er seinen Schöpfer, aber auch die anderen Geschöpfe, kennenlernen. Das bietet einfach ganz viel Entfaltungsmöglichkeit. Jetzt hat jeder von uns verschiedene Rollen im Alltag. Der eine ist Student, die andere ist Hausfrau, auch eine harte Arbeit übrigens. Oder es gibt Mamis unter uns vielleicht, es gibt vielleicht Arbeitnehmer unter uns, Büro-Menschen, die auf dem Seite, jeder von uns ist gleichzeitig Tochter, Sohn, Vater, Mutter vielleicht, oder, oder. Diese verschiedenen Rollen haben viel mit unserer Identität zu tun. Aber die Frage, aus welchem Kontext heraus, der Kohl-Ansatz aus unserer Identität zum, was zu uns gehört, möchte ich mit der Hinabsendung gleich mit euch, mit der Qualität, die ich gesetzt habe, mit euch teilen. Ich will nämlich auf unser Bekenntnis erst mal nicht beziehen. Die erste Säule des Islames ist die Selbstbekommen gleichzeitig. Weil die Zeugenschaft und unser Bekenntnis gesagt, dass man bewusst und wissend eine Entscheidung der Zeugenschaft abgelegt hat. Ich als Mensch, hierher habe ich aus Hoda-Tibakara zwei Eier, zwei hier herangezogen. Es ist eine etwas längere Eier, ich werde jetzt darauf nur Bezug nehmen. Wer möchte, kann das gerne auch sich nochmal im Nachhinein durchlesen. Tibakara im Vers 2. Es geht darum, dass man hier nochmals fokussiert wird, dass ich bewusst eine Entscheidung setze. Das heißt, es hat mit Bildung was und mit Wissen was zu tun, mit meinen Gedanken in den etwas zu tun. Wenn ich mich damit befasse und auseinandergesetzt habe, dann kann ich die Gewissheit haben, dann kann ich mich bewusst entschieden haben, das zu sein, was ich wirklich sein möchte. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man auch die Definition hier nochmals auseinander nimmt und nochmals genauer drauf schaut. Was bedeutet es, El-Mukmin zu sein? Oder Kerfil beispielsweise. Und oftmals werden ja diese Bezeichnungen, insbesondere Kerfil, in einem falschen Kontext benutzt, beziehungsweise die Definition ist nicht der Sache gerecht. Deswegen wollte ich nochmals das hervorheben. El-Mukmin ist derjenige, der weiß und angenommen hat. In Progenzügen, was bedeutet das, die Zeugenschaft sozusagen gegenüber seinem Schöpfer abgedeckt wird. Kerfil ist derjenige, der es weiß, aber abgelehnt hat. Denn das kann man jetzt auch sehr lange ausführen. Da kann ich auch nochmals auf die Arbeiten von den weiteren Referenten, die auch teilweise hier über diese Szenarien dabei sein werden, hinweisen. Volle Arbeiten übrigens. Und zwar geht es darum, dass der Mensch, egal ob es irgendeine Wertevorstellung, irgendeine Religion sich zugehörig spielt oder nicht, es geht darum, dass er immer auf der Suche ist. Auf der Suche nach seinem Schöpfen, nach etwas Höherem. Und auf der Suche, auf dieser Suche entscheidet er sich dann. Aufgrund seines Wissens vielleicht, aufgrund seiner Erfahrung oder verschiedene Kanäle, verschiedene Funktionen oder diesen Weg gehen möchte. Aber eins können wir festhalten, für alle Menschen Unwissen ist Unfreiheit. Man wird aus der Abhängigkeit nur befreit, wenn man sich Wissen aneignet und sich bewusst für etwas entscheidet. Und jetzt gehe ich auch zu dem zweiten Bezug, warum das wichtig ist und was das mit meiner Identität zu tun hat als Muslim, Muslima. Meine Handlungen beziehen sich auf die zweite Säule des Islams, nämlich das Gebet. Warum habe ich eine Routine in meinem Gebet beispielsweise? Habt ihr euch jemals diese Frage gestellt? Warum betet man fünfmal am Tag? Warum ist das so wichtig? Warum werden die Menschen, wenn sie im Grab sind, zuerst, zunächst, nach ihrem Gebet gefragt? Es ist sehr wichtig, dass der Mensch die Routine auch hier in diesmal benötigt, ob man eben meditiert oder ob man betet, man wird im Alltag immer wieder Routinen benötigen, weil es den Menschen die Grundbedürfnisse einfach spielt, wie Sicherheit, dass man sich wohler fühlt, aber auch gleichzeitig Disziplin erlernt und und und. Man kann jetzt auch separat darüber lange sprechen. Ich halte es mal jetzt noch an diesem Punkt kurz, vielleicht hast du ja den einen oder anderen Gedankengang, den du noch mit mir im Anschluss teilen möchtest. Es geht darum, dass die Überzeugten den Glauben die rechtschaffenden Werke für selbstverständlich erklären, also Dinge tun, weil sie motiviert sind, die ich eben erzählt habe, wie zum Beispiel, dass ich versuche, eine gute Nachbarin zu sein, dass ich bemüht bin, ein vertrauenswürdiger Arbeitnehmer zu sein und und und. die Frage, wo ich das mache, warum ich das mache und wieso soll ich mich immer wieder bewegen. Wenn ich mit einem Freund mich betreffe, einen Kaffee trinken beispielsweise, weil ich weiß, er hat eine Sorge und möchte was aus seiner Seele sprechen, da ist die Frage, ist meine Motivation, diesem Freund zu gefallen oder das Gefühl zu bekommen, oh, er braucht mich, diese Bestätigung oder geht es darum, dass es um den Willen des Schöpfers geht, zu sagen, hey, ich versuche, um seinet Willen einem Menschen zuzuhören und ihm zu helfen und wo das alles passieren kann, ob ich dafür nach Mekka reisen muss oder ob ich das hier vor Ort in dem Land oder in der Stadt, wo ich bin, machen kann, die Frage lasse ich mal offen, die kann jeder für sich beantworten. Ich möchte auch an dieser Stelle vielleicht Bezug nehmen aus meiner eigenen Biografie. Ihr seht hier zwei Bilder, das eine ist die Nibelungenbrücke in Worms, Märchenhub, ich mag sie sehr und auf der anderen Seite könnt ihr einen Hund sehen. Wer sich mit Hunderassen auskennt, wird es sofort wiedererkennen können. Es ist ein Kanger, ich komme ursprünglich aus Syvers aus der Türkei und ich hatte eine Lebensphase, wo ich mir sehr extrem die Frage gestellt habe, wo möchte ich denn leben, wo kann ich besser Muslim sein und ich hatte die Entscheidung getroffen, die Koffer gepasst so ziemlich und wollte in die Türkei umziehen, damit ich dort arbeiten kann und auch zusätzlich Selbstständigkeit ans Schleben kommen kann. Ich habe schon ein Jobangebot bekommen, es war kurz davor realisierbar zu sein sozusagen, ich hätte nur noch innerhalb von zwei Monaten umziehen sollen. War nicht nach Kander, aber nach Istanbul, das war unser Ziel damals und es sind einige Dinge passiert in dem Moment also zu dieser Phase bevor ich wirklich mein Ticket rufen konnte und dann abgereist wäre. Ich habe mir oft die Frage gestellt wer bin ich was mache ich hier warum in Deutschland eigentlich ist warum bin ich hier auf dieser Welt gekommen und nicht irgendwo anders auf dieser Welt und es sind Dinge passiert die viel mit mir zu tun haben und ich die Erkenntnis hatte ja um Muslim um eine bessere Muslima zu sein muss ich nicht ausreisen ich muss mich mehr bemühen und meine Funktion meine Aufgabe ist vielleicht meine Bestimmung ist vielleicht hier zu sein und hier zu wirken indem ich versuche ein besserer Mensch zu werden und andere auch mir ansehe an ihnen viel lernen kann diese Motivation habe und aber auch gleichzeitig versuche bestmöglich es ist mir zu zeigen was es bedeutet und dann habe ich mich entschieden hier zu bleiben dennoch heißt es nicht juhu alles blendend wir haben überhaupt keine Probleme und alles ist friede voll der Eierkuchen leider noch nicht denn es gibt auch Probleme ich nenne die sehr gerne Herausforderungen und die ersten die euch wahrscheinlich einfallen ist Alltags Rassismus und Diskriminierung Mobbing auf der Arbeit und 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 das sind Dinge die existieren aber die Frage ist welche Rolle übernehme ich was sagt meine Identität dazu die Erfahrungen wahrscheinlich gemacht habe der eine oder andere zumindest wie ich ist dass man immer wieder differenziert an dieser Wache rangeht wenn es darum geht wie man wahrgenommen wird von seinem Chef vom Lehrer und 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 da das ist ein Bildungsbereich bin die schon gehört habe ich immer wieder den Schulkontext im Hinterkopf aber ich hoffe dass jeder sich wieder kennen kann die Äußerlichkeiten dass die Männer die angesprochen werden ich glaube ihr habt das eben wahrgenommen wegen meinem Öffnenstand ich schließe es gerade an dann geht es aber auch um die Sprache wenn man zum Beispiel zwischen Sprachen spricht aber mit Dialekt ist das leider oft noch ein Problem beziehungsweise man wird oft dahingehend angesprochen dass es da auch Unterschiede gibt und da zeige ich mit euch jetzt eine Studie die kommt bei den Anschluss es geht aber darum was ist zu deiner Identität und es ist nicht selbstverständlich beziehungsweise nicht für jeden so einfach zu sagen okay es ist ein Teil von mir dass ich gewisse Dinge kann oder nicht kann und verzeiht mir bitte ich mache gerade mein Schick ein so bin wieder da die Frage ist mit den ganz vielen Bausteinen mit den bunten Teilen von mir die zu mir gehören wie ich damit umgehe sehe ich mich wirklich so dass ich über viele Dinge verfüge oder ist es eher die Frage wie wollen ich die anderen sehen wie muss ich aussehen damit sie nicht an und und da kommt eine essentielle Frage nochmals zutage deine Entscheidung wird auf deinen Weg bestimmen was passiert mit deinem Selbstbewusstsein wenn du schwindlig diese Probleme im Hinterkopf hast oder die Selbstfindungsphase es passiert nicht nur während der Pubertät es gibt verschiedene Phasen im Leben die der Mensch wahrnimmt und immer niederlässt sich und über seine Umwelt und über essenzielle Fragen auch sich fragen stellen wird es geht um die Selbstwertschätzung dass es nicht eine Abhängigkeit von anderen sein darf nicht von der Gesellschaft mein Selbstbild und das Fremdlich sollte immer in Balance zu stehen aber nicht davon Affenissen die Prühe Konditionierung in Entscheidungsfindung ist sehr wichtig das heißt während der Kindergarten Zeit gibt es bestimmte Faktoren wonach wir uns entscheiden oder wonach wir uns bewegt haben auch damals und sei es bei der Berufsbindung während dem Studium beispielsweise was ich studieren möchte was für mich im Leben wichtig ist diese Frage hängt damit zusammen was ich in meiner Kindheit erlebt habe wodurch ich Wertschätzung erfahren habe oder eben nicht vor allem möchte ich auf etwas hinweisen wir und die eine Religion ausleben und in der Gesellschaft gerne angesehen werden als ob wir verschiedene Identitäten haben aber es ist ja nur eine Person die existiert mit mehreren Irritigkeiten mehreren Rollen Spielen auch gleichzeitig und ich finde es ist ein Plus für uns entscheiden zu können wo man sich positioniert wenn ich situationsgerecht situationsbedingt aber auch gleichzeitig Cleverness wie wir automatisch dafür einsetzen und nutzen ist einfach ein Plus ein Bonus aber für viele eben eine Selbstverständlichkeit deswegen wir das nicht bewusst wahrnehmen können deswegen und die Multilingualität hatte ich ja schon angesprochen die zwischenmenschlichen Beziehungen sind dadurch viel einfacher weil man auf die Person weiß wie man zugehen kann eben welche Fragen man zuerst stellt um Icebreaker zu nutzen weiß ich das was die Studie die ich mit euch teilen möchte die kommt aber ein Satz das auch sehr viele die eben einen Migrationshintergrund haben oder deren Eltern beispielsweise nicht direkt aus Deutschland sind hier wird Deutsch gesprochen das hat wehrmaßen die Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund diejenigen die auch Lehren sozusagen geprägt dass einiges schiefläuft auch immer noch deswegen wir daran arbeiten sollten denn dadurch dass man eine Sprache nicht spricht fehlt das Verständnis auch für die Realität der Menschen wie es eben tun und gleichzeitig aber auch eine Wertung passiert ich gebe euch ein Beispiel von der Studie von der ich gesprochen habe wenn jemand mit einem gebrochenen Akzent also mit einem amerikanischen Akzent Deutsch versprach beispielsweise wird das immer applaudiert wow du kannst Englisch ist ja richtig cool dann bist du überall auf der Welt kannst du dich orientieren und dich mitteilen während jemand der mit arabischem Akzent vielleicht Deutsch spricht ganz anders gelernt wird das hat diese Studie herausgefunden was ich sehr spannend fand dass auch die Wissenschaft das nochmals aus unserer Lebensqualität heraus zusätzlich stetig hat sozusagen die Unterscheidung nach Migrationshintergrund ist eben nicht nur etwas was man nur hört sondern auch gleichzeitig sieht deswegen ist das weiße Bildungssystem oder in anderen Systemen immer wieder relevant und zeigt sich auch in jungen Jahren wie zum Beispiel während der Bewerbungsphase vielleicht hat das der eine oder andere zum ersten Mal in seinem Leben mit 18 erlebt der andere schon als Erwachsener aber es ist Fakt auch wiederum eine Studie die vielleicht für den einen oder anderen schon bekannt sein sollte bei der gleichen Leistung aber nur mit Hijab dass eine Frau sich viermal mehr bewerben muss mit der gleichen Bewerbung nur weil das Bewerbungsfoto ein Hijab hatte also die Frau einen Hijab sozusagen musste man viermal mehr sich bewerben es hat geschmerzt als ich das zum ersten Mal gehört habe und deswegen ist es mir wichtig dass ich das mit euch auch teile die Diskriminierungserfahrungen aus ethnischen Gründen sind auch nicht gering zu schätzen das sind übrigens auch ja Skala beziehungsweise die Inhalte die man auch über die politische Bildungszeiten sich heranziehen kann die würde ich schnell überfliegen wollen ich weiß es euch nur mit euch mal kurz geteilt und nicht bezeichnet habe es geht mir darum wenn man sich selbst kennt kennt man auch automatisch seinen Schutz verbessern hatte ich gesagt man muss die reflektieren oder man darf die reflektieren um den Weg auch in diesen Prozess reinkommen zu können deswegen ich denke an Stöße wie die Kompetenzen und sich beweisen müssen steht der Mensch immer wieder und fühlt sich dabei eingeengt weil eigentlich kann man ja mehr man weiß dass man mehr kann aber irgendwann verlernt man das beziehungsweise unterdrückt das dermaßen dass man sich dem anpasst was von einem noch erwartet wird das heißt zum Beispiel die schlechte Bewertung die schlechtere Bewertung bei gleicher Leistung ist für viele etwas womit sie gar nicht umgehen können dazu gab es jetzt aktuell auch eine Situation von einer Studentin die hat eine Bewertung für ihre Hauptarbeit bekommen mit einem Nebensatz die Rechtschreibsthene wurden nicht berücksichtigt da die Studentin nicht deutschsprachig ist die Studentin hat sich sehr aufgeregt hat auch über Social Medias geteilt zum Beispiel ihre Bewertung zurückzuschreiben in die schlechtere Note aber ich bin deutschsprachig fand ich auch sehr interessant kam es um die Anerkennung bei welcher Kompetenz wie schon eben erwähnt auf der Arbeit wird man das erleben im Schulsystem wird man das erleben sich beweisen müssen auch in den Institutionen oder im heimischen Umfeld auch zu Hause beispielsweise haben die Menschen die Eltern die Familien angehören ja eine Erwartungshaltung genauso wie die außerhalb und dadurch können auch viele Missverständnisse eigentlich entstehen weil man einfach schon auch ein bisschen voreingenommen in Sachen eingeht wie zum Beispiel dass man sich immer wieder also es ist zwar Fakt aber immer wieder betont und hervorhebt dass man schlechtere Berufschancen hat dass man benachteiligt wird oder Diskriminierung erfährt es sind zwar Fakten aber es hat viel damit zu tun wie wir Sachen sehen dass strukturelle Diskriminierung auch in Deutschland herrscht ist Fakt da wird einiges auch bezahlt in den letzten Jahren insbesondere sind sehr viele Menschen sehr viele Akteure die sich bereit erklärt haben und diese schweren Aufgabe sich angeeignet haben deswegen sind viele Institutionen und Vereine entstanden die auch auf die Unterstützung natürlich ja angewiesen sind deswegen ich jedem nochmals darauf hinweisen möchte lokale oder eben größere Institutionen und Vereine immer wieder aufsuchen und sich erkundigen die Meldungen sind sehr wichtig weil wenn ich davon nicht berichte dass ich Diskriminierung erfahren habe dann werde ich auf der politischen Ebene beispielsweise auch nicht die Möglichkeit haben aufgrund der Zahlen Dinge zu bewegen und das unterschätzen viele Menschen die schwarzen Zahlen die dunklen Zahlen sind meistens vieler als die die offiziellen Stellen mit uns teilen können und oftmals geht es auch darum dass eigentlich auch hier an dieser Stelle bei der Schrift der Diskriminierung es sehr wichtig ist du musst sprechen nicht eine Sprachform dann können wir das auch noch ausführen aber ich lasse es mal hier denn der Kampf geht weiter jeder Tag ist ein Kampf in der Öffentlichkeit auf den Bildungswege an den Unis in der Arbeitswelt oder bei der Wohnung suchen dennoch bin ich kein Freund davon sich in eine Opferrolle zu begeben sondern lösungsorientiert zur Arbeit deswegen habe ich Kleinigkeiten oder kleine Schritte mit dir teilen sollen und die mitbekommen es geht darum dass die Chancengleichheit im Bildungswesen beispielsweise immer wieder thematisiert werden muss Lösungen die man nicht erreichen kann gibt es nicht es gibt für alles eine Lösung aber manchmal muss man viel aufzeigen und dementsprechend daran arbeiten wenn im System Dinge falsch laufen sollte man auch Mut haben an die Betroffenen stellen und Betaten eine E-Mail beispielsweise zu verfassen und ein Feedback zu geben also darauf hinzuweisen dann gibt es eben auch personenbezogene Entwicklungsmöglichkeiten Bildung und Praxis ist sehr wichtig ganzheitliche Förderung auch interdisziplinär das heißt im muslimischen Kontext wie bringe ich den heranwachsenden Generationen sozusagen Islam bei ist das dieses Regelbündel sozusagen das ich mitgeben möchte oder geht es darum dass ich auch die Barmherzigkeit beispielsweise meines Schöpfers mit integriere also Religionspädagogik lässt ergrößen die Institutionen beispielsweise die sich gegründet haben die ich eben schon erwähnt habe oder auch weiterhin gegründet werden können bedarf haben nämlich ganz viel und die Politik man darf es nicht unterschätzen viele auch kurz vor den Malen beispielsweise die ich mir anhören darf sagen sie haben keine Repräsentanten deswegen wollen sie nicht reden gehen aber auch aus der FUT Szenen heraus oder aus der FUT Perspektive heraus haben wir die Verantwortung für die Gesellschaft in der wir leben und daher möchte ich auch diese Zitat nochmal hier an der Stelle motiviert haben und gleichzeitig weil ich eben Topp erwähnt habe aus der Sunda von den Hadithen also das was der Kothek steht und auch ihnen gesagt hat mit euch teilen wenn nicht der nützlichste Mensch ist der der den anderen Menschen vernetzen und das ist einer der Motivationsgründe vielleicht wieso weshalb die Dinge machen dann gibt es noch einen Kontext den wir schon dabei sind ein Vorbild nämlich den Superlisten zu ihm habe ich ja auch verschiedene Ferme beziehungsweise Beispiele mitgebracht die ich jetzt etwas aufgrund der Zeit glaube ich kurz verhalten würde wenn was nötig ist Bruder Can bitte einfach ein Zeichen geben es geht darum nämlich dass der Prophet nicht so Friedenssäge sei auch ihn bewusst sich entschieden hat in Ägypten zu bleiben bewusst sich entschieden hat vor Ort zu sein und sich sozusagen nach oben gearbeitet hat im Prozess der da war weil er vertrauenswürdig war weil man ihm vertrauen kann er ist dort geblieben der Stamm Benny Israel ebenfalls er konnte dadurch Mittel erlangen um auch Bedürfnisse zum Beispiel zu unterstützen wenn wir jetzt uns ihn ansehen und anhand des Verlieses also des Ausspruchs sozusagen des Propheten Wegens irgendwie auf ihn und zusammenfassen für heute für mich das bedeutet heißt es doch dass meine Zubehörigkeit nicht nur etwas ist das ich als Titel als Etikett nutze sondern dass das etwas sein sollte was mich in allen Bereichen begleitet also zeigt sich mein Wie wenn wir wieder zurück gehen auf Lifestyle zeigt sich mein Wie ich denke beispielsweise mein Mindset in meiner Bildung und das möchte ich nochmal unterspeisen Wir müssen uns mit unserer Religion mit Islam mit wir sind hier muslimi gemeint befassen Es ist so wichtig und so 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 wichtig dass man weiß worum man auch glaubt Wenn ich jetzt fragen würde könnte jeder mir 100% hier in dem Raum es beantworten dann wenn es um Mischahade geht zum Beispiel unser Glaubensbekenntnis aber was es bedeutet nur einen Schöpfer zu haben man darüber nachzudenken was der Prophet seines Werdegangs erlebt hat und wie er auf Menschen reagiert hat dass Bildung nicht mehr bedeutet dass man ganz viele Kapitel aus dem Koran rezitieren oder ausländisch kann sondern dass man viel darüber nachgedacht und das verinnerlicht kann Das ist sehr wichtig und da sollten wir nochmals genau dazuge nehmen um für unsere Entwicklung aber auch für die Entwicklung für unsere Mitmenschen eben etwas beistellen zu können die Begegnungschancen wahrnehmen und die eigene Wahrnehmung nochmals zu überdenken was bedeutet das ich habe in einem Zug während ich zur Uni fahre die Möglichkeit mit Menschen zusammenzukommen die ich vielleicht nie in meinem Leben sehen würde oder dank der Pandemie ist das zwar jetzt schneller aber dennoch die Begegnung auf irgendwelche Veranstaltungen oder Seminaren beispielsweise wenn ich in der Haltung bin ich gehöre zu der Minderheit die diskriminiert wird aber wenn ich das verändern möchte gehe ich mit meinem Mindset wieder rein und sage okay der Prophet Frieden hat auch vieles erlebt aber er ist nicht zurückgekehrt in sich gekehrt sondern hat darüber geschrieben indem er mit seinem Lächeln alleine und mit dem Hadith wo er gesagt hat auch Lächeln ist sein Tadak also etwas Gutes eine gute Tat die bei Allah berechnet wird dann habe ich nicht die Option zu sagen ich habe die Gegend durchgegangen sondern aus dem Inneren heraus nichts aufgewickelt zu sagen hey ich bin hier und ich muss nicht auf Menschen zugehen und mit ihnen besprechen meine Präsenz reicht schon oftmals zumindest und keine Scheu haben vor Diversitäten ist so wichtig jeder Mensch ist anders und den gibt es nur einmal auf dieser Welt das ist okay so das ist gut so der Schöpfer hat das so gewollt also kann ich das auch wiederum als eine Farbe oder eine Palette der Farben sozusagen einnehmen das ist sehr wichtig mit welcher Brille wir durch das Leben gehen ich habe die Brille der Lernenden und ein Muslim sollte auch möglichst mit dieser Brille durch das Leben gehen was bedeutet das dass ich in einem Prozess bin und versuche aus den Situationen heraus aus den Begegnungen heraus nicht mich an irgendwelchen äußerlichen Formen aufzuhängen sondern nachzudenken wieso habe ich diesen Menschen getroffen wieso stecke ich in dieser Situation oder habe diese Menschen antreten dürfen was hat das mit mir zu tun wie hätte ich besser reagieren können oder besser handeln und egal ob Muslim oder nicht Muslim ist du kannst von jedem und aus jeder Situation heraus etwas lernen da kannst du mir wirklich da kannst du mir wirklich auch hier nochmals ein Bezug aus dem Koran weil ich auch das nochmals hervorheben möchte wieso jeder nicht so besonders und so wertvoll allem jeder Mensch ist geschöpft von dem einen Schöpfer von dem Barmherzigen und in Surat At-Ti in Vers 4 hat er gesagt er erschuf den Menschen in bester Gestalt das Anfang vom Vers ist den restlichen Patrik kannst du gerne aneignen daher kann man von jedem lernen und aus jeder Situation lernen der Mensch befindet sich nämlich auf der ganzen in seinen ganzen Werdegang in seinem Prozess auf eine Reise zu Beginn sind es die körperlichen Bedürfnisse es wird gespült es wird gewickelt auf Wärme Nähe ja aber die Intellektion Bedürfnisse die mit dem heranwachsenden Alter dazu kommen die darf man natürlich nicht vergessen und das benötigt der Mensch jetzt kommen die Fragen wie liegt zu Lebenssinn Identitätsfindung wer bin ich was ist denn wichtig warum bin ich auf dieser Erde und 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 in diesem Prozess ist es wichtig dass man Bewusstsein erlangt dafür dass man Wissen sich aneignet aber auch Erfahrungen nach Wissen es muss hier ein Bittgebiet des Propheten Kriegungs wegen sein auch in dem er sagt erbittet Allah die Anleger hin um mystisches Wissen anzueignen meine Wenigkeit hat das sehr gerne wiederholt und habe aber noch eine Ergänzung für mich weil ich weiß wie ich bin mit der Ergänzung auch diesbezüglich also mystisches Wissen und damit verbundene Handlungen ermöglicht werden die Befähigung zu erlangen zu erleben zu sagen ich habe die Beantwortung über mein Leben für hier und jetzt ist sehr wichtig Leben entsprechend zu handeln die Lösungsansätze sind einfach nur Beispiele wie ich hier mitgebracht habe dass man selbst an der Bildung arbeitet die eigene Religion die Werten von sich kennenlernt oder sich näher auseinandersetzt die Differenzierung zwischen den Inhalt dem Lebensumfeld dass man immer wieder sich auch dafür befiegt mit vielen Menschen umgehen zu können aber auch sein Bewusstsein nicht in die Opferrolle zu fallen sondern vielmehr in die aktive Rolle zu gehen und zu sagen ich habe die Verantwortung über mein Leben aber auch über die Praxis für diese Gesellschaft in der Städte dazu gehören ganz viele Sachen zum Beispiel Vorbildfunktion ich hatte die Werte gerade genannt gehabt oder Rollen die wir einnehmen dass man respektlich gegen diese Zeit einfach daraus hinaus aus dem RSS-Team aus der Schule dass man richtig bzw. Respekt vor Gesellschaft zu haben und Engagement selbst da wo man lebt die einfach für sich entdeckt ein Kommiliton von mir der ob es im Ostland begreift und den Karlsruhe täglich ist hat mal in einem Vortrag gesagt es geht nämlich in Islam darum dass es ein universeller Glauben ist aber mit lokaler Arbeit das heißt da wo ich lebe habe ich mich einzubringen und möglichst ein guter Muslim oder Muslim zu sein für Muslime und Nicht-Muslim gegen Ende möchte ich noch mit euch etwas teilen Ihr dürft kurz natürlich auf euer Bildschirm nochmals schauen einfach ein bisschen wir haben ja viel darüber gesprochen nützlich zu sein zu helfen und 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 essentielle Sachen aber manchmal kann man auch nur so viel wie man eben nützlich bekommt ist deswegen nochmals einen herzlichen Dank an alle die dabei sind und vor allem natürlich den Gastgeber den Moderator der Kurve Jan und ich zu meiner Wenigkeit noch vielleicht ein kurzer Hinweis Ich habe den Verein Serving Smiles gegründet Es handelt sich um schutzbedürftig die Kinder und Pflegefamilien Schatz das noch in der Arbeit ist in Aufbau Phase ist Also wer sich interessiert für die Arbeit kann gerne noch bei mir vorbeischauen Vielen Dank können Sie es akzeptieren Ja Assalamu alaikum und herzlich willkommen zum letzten Vortrag dieser Webinarreihe Wir setzen uns zum Abschluss mit dem Thema Kommunikation des Propheten Sallallahu alayhi wa sallam auseinander und in diesem Sinne möchte ich auch gerne mit dem mit einem also dementsprechenden Doar auch beginnen bismillahirrahmanirrahim rabi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam milisani yakkahu qawli Zu Beginn werden wir uns kurz mit unterschiedlichen Kommunikationsarten auseinandersetzen und im Anschluss daran stellen wir einige ausgewählte Kommunikationsmodelle vor Wir haben wirklich nur einige wenige ausgewählt es gibt ja relativ viele das erste wird sein die fünf Axiome nach Paul Watzlawick danach kommt das Vier-Ohren-Modell beziehungsweise Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun und das Eisberg-Modell nach Freud Im Anschluss Daran folgen Beispiele und Analysen zur Kommunikation des Propheten in der Ehe und mit seinen Gefährten Ja und wenn wir uns jetzt nochmal den Titel des heutigen Vortrags ansehen dann wäre es natürlich auch sinnvoll und wirklich sehr sehr wertvoll sich allgemein auch die Frage zu stellen wozu überhaupt darüber reden warum eigentlich darüber nachdenken oder reflektieren wie oder welche Kommunikationsmethoden der Prophet sallallahu alayhi wa sallam auch angewandt hat also was hat das Thema eigentlich auch mit mir zu tun und auch ganz wichtig weshalb ist das Thema für mich relevant und was kann ich eben von den Methoden des Propheten sallallahu alayhi wa sallam auch mitnehmen oder beziehungsweise wie kann ich eigentlich auch profitieren und natürlich möchte ich auch kurz dazu sagen dass in derartigen Vorträgen beziehungsweise auch Seminaren oder auch Workshops jetzt wirklich wir einen großen Wert auf die Interaktion auch legen nur in diesem Format ist das leider nicht möglich und ich spreche wirklich aus Erfahrung aufgrund eben des Austausches natürlich vor allem wegen dieser wichtigen Thematik würden wir nicht einmal drei Folien beziehungsweise einen Aspekt erarbeiten können also daher auch wirklich wie schon vorab erwähnt einfach Notizen machen und befragen und so weiter könnt ihr uns auch gerne wirklich per Mail kontaktieren im Schaumland die Ayad und die Hadise berichten klar und deutlich über die individuelle Verantwortung die jeder Mensch hat beim Sprechen und bei der Kommunikation und bei der Interaktion Kommunikation gibt es seit Beginn der Menschheit dies äußert sich schon in dieser Ayah hier lässt Allah die Menschen bezeugen also er spricht klar und deutlich jeden Menschen an und die Menschen bezeugen dass sie verstehen was Allah ihnen vermittelt hat bei dieser Ayah also er spricht kein Wort aus ohne dass bei ihm ein anwesender beaufsichtigender ist das bedeutet jeder Mensch wird für jedes Wort zur Verantwortung gezogen werden dementsprechend ist dann auch der Ausgang des Menschen also ganz wichtig deshalb wiederhole ich es es geht um die individuelle Verantwortung bei der Kommunikation und Interaktion im prophetischen Diskurs hat die Sprache eine bestimmte Rolle des menschlichen Schicksals euch ist sicher bekannt der der Hadith wo Muaz dem Propheten salallahu alayhi wa sallam fragte was ihn ins Paradies führen könne und der Prophet salallahu alayhi wa sallam fasste sich an die Zunge und sagte beherrsche das daraufhin fragte Muaz werden wir für das was wir sagen zur Rechenschaft gezogen der gesamte Allah salallahu alayhi wa sallam antwortete darauf dass viele Menschen wegen ihrer Zunge also wegen dem was sie damit anrichten ins Feuer geworfen werden und es besteht ein Konsens unter den Gelehrten dass das Sprechen beziehungsweise die menschliche Kommunikation und Interaktion sei es jetzt verbal oder nonverbal der Schlüsselindikator des menschlichen Charakters ist neben der verbalen und nonverbalen Kommunikation gibt es auch andere Kommunikationsarten die stark unseren Lebensalter dominieren beziehungsweise beeinflussen so Schwester Bellma welche Kommunikationsarten gibt es und welche kannst du uns vorstellen so ja also kommen wir mal zu den Kommunikationsarten grundsätzlich gibt es jetzt mal die verbale Kommunikation das ist klar also das ist das was ich natürlich sage dann natürlich auch die nonverbale Kommunikation und da sollte man wirklich auch stark den Fokus drauflegen zu ihr gehört natürlich alles also was aus dem nicht sprachlichen Bereich kommt Mimik die Körperhaltung die Gestik natürlich auch selbst das Aussehen also die Kleidung alles was vom Empfänger jetzt irgendwie interpretiert werden kann ohne wirklich zu sprechen es findet eben Kommunikation statt dadurch eben dass wie ich mich jetzt auch präsentiere sende ich auch natürlich eine Botschaft wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Bewerbungsgespräch oder allein heute zu diesem Vortrag einen Jogginganzug angezogen hätte würde das natürlich etwas anderes aussagen als wenn ich jetzt in einer Art Businesskleidung irgendwie erscheine oder eben dementsprechend gekleidet bin ich drücke einfach etwas damit aus also damit sage ich etwas aus ich kommuniziere etwas allein mit meinem Erscheinen und zur nonverbalen Kommunikation gehört natürlich auch die paraverbale Kommunikation also das ist auch ganz wichtig die Stimme die Stimmlage die Lautstärke und wir kennen das ja alle ich sage einen Satz und kann natürlich auch ganz unterschiedliche Botschaften auch damit vermitteln es hat mit meiner Stimmlage auch natürlich zu tun und bei einer Nachricht werden auch ganz wichtig sieben Prozent verbal und 93 Prozent doch nonverbal also übermittelt und auch die Emojis beruhen auf Basis der internationalen Verständigung man weiß einfach was was man damit ausdrücken was man damit vermitteln möchte und nur ein kurzer Tipp also Vorsicht bei kulturellen Aspekt gleiche Gesten andere Bedeutung also damit könnte man sich oder sollte man sich auch etwas auseinandersetzen ist ganz ganz spannend und natürlich gibt es dann die mediale Kommunikation dazu gehört einfach das schriftliche Briefe Fax E-Mail SMS und so weiter dann die multimediale Kommunikation Telefon Handy Videokonferenz und natürlich alle weiteren moderneren Medien die es heute die es aktuell gibt dann das aktive Zuhören ist etwas ganz wertvolles ganz wichtiges sowohl eben als Methode als auch ist natürlich auch eine Kommunikationsart und diese Methode jetzt sage ich mal benutzt man dann stark auch im Bereich der Lebensberatung oder Allgemeinberatung oder jetzt auch im Bereich der Persönlichkeitsbildung der Mediation Coaching und so weiter und natürlich versuchen auch viele Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrer auch diese Methode anzuwenden und wirklich die Schülerinnen und Schüler auch dementsprechend wahrzunehmen und als Gesprächspartner zu akzeptieren dann gibt es die manipulative Kommunikation es gibt viele unterschiedliche Methoden und Anwendungsgebiete dieser Art der Kommunikation sei es nun unbewusst oder bewusst und das vermitteln wir auch stark in unseren Beziehungen beginnend bei Eltern die ihre Kinder zu motivieren wollen etwas Bestimmtes zu tun also ihr kennt das sicherlich alle du kannst das so gut kannst du das bitte machen wird das natürlich in der Paarbeziehung aber auch ganz natürlich andere Kommunikationsebenen wie im Beruf oder in der Wirtschaft Politik Werbung also da gibt es wirklich einiges was darunter fallen könnte einfach Manipulation durch Sprache Manipulation von Informationen Bedürfnissen das ist leider ganz schwierig auch in Beziehungen jeglicher Art oder auch Manipulation durch Erzeugung von Angst durch Schuldgefühle das haben wir auch oft auch bei Eltern und Kindern Beziehungen oder auch natürlich in der Paarbeziehung und natürlich Manipulation durch Wiederholung ja Nun kommen wir zu den Kommunikationsmodellen wie gesagt wir stellen drei vor Kommunikation ist ein wichtiges Thema darüber gibt es ja unzählige Theorien und Modelle und wir wollen eben nur einige wenige relevante Modelle zeigen und im Anschluss mit der Kommunikation des Propheten vergleichen zu Beginn die fünf Aktionen der Kommunikation nach Paul Watzlawick wir fassen diese Erkenntnisse jetzt nur kurz zusammen das erste ist man kann nicht nicht kommunizieren also auch wenn man nicht sagt kommuniziert man durch vorhandene oder nicht vorhandene Gestik Mimik durch die Körperhaltung Punkt zwei also das zweite Aktion ist der Inhalts und Beziehungs Beziehungsaspekt jede Kommunikation wird auch von der Beziehung der beiden Gesprächspartner und ihren Gefühlen beeinflusst das heißt es wird bei einer Kommunikation nie nur sachliche Information vermittelt es gibt immer auch einen Beziehungsaspekt also wie die Gesprächspartner zueinander stehen beim Beziehungsaspekt geht es hauptsächlich um die Mimik Gestik um den Tonfall also um die Art und Weise wie es gesagt wird und erst beides zusammen ergibt dann die vollständige Botschaft Punkt 3 also das dritte Aktion bei jeder Kommunikation geht es immer auch um Ursache und Wirkung also alles was ich sage ruft eine Reaktion beziehungsweise eine Konsequenz des Gegenübers hervor die wiederum dann im Umkehrschluss eine Reaktion bei mir hervorruft da kommt auch der sogenannte Teufelskreis heraus dann vor allem ein paar Beziehungen kennt man das ganz gut das vierte Aktion Kommunikation ist immer analog und digital also digital sind die Worte zum Beispiel Sprache oder Schrift und analog ist die nonverbale Kommunikation das fünfte Aktion Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär eine symmetrische Kommunikation ist Kommunikation auf Augenhöhe und komplementär da gibt es einen autoritären Gesprächspartner und einen untergeordneten Gesprächspartner so dann kommen wir zu einem weiteren sehr bekannten Modell und zwar das Eisbergmodell nach Freud es ist auch eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle und wenn wir uns jetzt mal den Eisberg anschauen wie in der Natur ist nur die Oberfläche also nämlich hier jetzt mal die ca. 20% sind sichtbar also sozusagen die direkte Kommunikation wird dadurch auch dargestellt also Zahlen Fakten Daten alles was wirklich auch sichtbar ist und die anderen 80% also der weitaus größere Teil des Eisbergs der ist immer unter dem Wasser und ist natürlich auch somit auch unsichtbar und auf der psychosozialen Ebene auch oft unbewusst und dazu gehören natürlich Emotionen instinkte traumata erfahrungen auch triebe und natürlich auch unterschiedliche werte vorstellungen und so weiter für diese sind natürlich jetzt die indikatoren auch die mimik gestik und körpersprache also wie wir auch schon gehört haben einfach die wirklich nonverbale oder auch die paraverbale kommunikation gerade deswegen ist es auch wirklich sehr wichtig auf alle aspekte der kommunikations arten auch zu achten also vor allem wirklich diese nonverbale kommunikation eben körpersprache mimik und so weiter und das eisberg modell soll also wirklich veranschaulichen wie menschen miteinander kommunizieren das heißt was im zwischenmenschlichen bereich tatsächlich gesagt und auch wirklich unausgesprochen transportiert wird welche botschaft ich eigentlich meinem gegenüber vermittle und jetzt mal zusammengefasst also die Sachebene wenn wir uns den eisberg wieder mal anschauen bei ihr handelt es sich um die sichtbare also die bewusste ebene hier existieren eben fakten informationen und daten und eben auf der beziehungsebene beziehungsweise auch die psychosoziale ebene also unter der oberfläche es geht also um die unsichtbare und die unbewusste ebene und lässt sich sogar nochmals eben in eine vorbewusste oder auch eine unbewusste ebene unterteilen also das sind dann eben die triebe und Instinkte und eigentlich jetzt erfahrungsgemäß traue ich mich auch zu sagen dass es wirklich sehr sehr vielen menschen auch ganz eben sehr sehr unbewusst ist was was auch wirklich innen tief drinnen einen konflikt verursacht oder oder hervorspringen lässt das bedeutet der kleinste teil unserer kommunikation findet tatsächlich jetzt sozusagen verbal statt und alles andere ist dann wirklich nonverbal und und kratzt sozusagen unter der oberfläche und diese versteckten informationen sind einerseits prägende faktoren ja eben aus der vergangenheit wie schon erwähnt die ein gespräch auch natürlich dementsprechend dann auch beeinflussen können also auf der anderen seite sind es eben mimik tonfallen die gestik die natürlich durchaus die kommunikation auch nachhaltig prägen und eben konflikte auf der beziehungsebene jetzt entstehen lassen können und diese entstehen dann leider oft wenn die gesprächswarten jetzt ganz unterschiedliche erwartungshaltungen haben das haben wir sehr oft sei es jetzt in der familie oder auch in der arbeit also das ist überall kommt es eigentlich auch vor und daher sind konflikte auf einer sachebene viel leichter zu lösen warum weil sie ja natürlich auch überschaubare und nachvollziehbarer sind also die kann man dann auch irgendwie erfassen aber das was unter der oberfläche ist ja da muss man sich mit sich selbst dann auch auseinandersetzen und da sind eben solche Modelle dann auch ganz wichtig und interessant um dann auch den dementsprechenden Schritt dann auch zu wagen so das dritte Modell das wir vorstellen ist das Vier-Ohren-Modell beziehungsweise Kommunikationsquatrat von Friedemann Schulz von Thun er entwickelte dieses Modell um Kommunikation zu beschreiben und Störungen die eventuell in der Kommunikation auftreten können auf den Grund zu gehen seiner Meinung nach sind in jeder Nachricht vier verborgene Botschaften enthalten das erste ist das Sachaspekt die Nachricht enthält also Sachinformationen Fakten Daten ohne Interpretation und der Empfänger muss nun entscheiden ob das wahr oder falsch ist relevant irrelevant ob die Informationen ausreichend sind oder nicht ausreichend zugleich hat aber jede Kommunikation auch einen Selbst Offenbarungs Aspekt das heißt wenn einer etwas von sich gibt dann gibt auch etwas von sich jede Äußerung hat einen Teil der auf die Gefühle Werte auf die Ansichten und auch auf die Bedürfnisse des Senders verweist diese Selbst Offenbarung kann explizit also wie ich Botschaft kommuniziert werden oder aber implizit also nicht ausdrücklich gesagt werden die Kommunikation hat auch den Beziehungsaspekt wie behandle ich meinen Mitmenschen durch meine Art der Kommunikation dieser Beziehungsaspekt zeigt wie der Sender zum Empfänger steht und was er in Folge von diesem hält dieser Beziehungsaspekt und die Art und Weise zu sprechen und die konkrete Formulierung wie man jetzt etwas kommuniziert aber auch die Mimik Gestik und Tonfall auch die Beziehungsebene kann implizit oder explizit sein und wenn der Empfänger jetzt eine Nachricht auf dem Beziehungsohr hört kann er sich wertgeschätzt fühlen oder auch gedemütigt geachtet oder missachtet sowie respektiert oder abgelehnt fühlen die Nachricht hat auch einen Appell Aspekt wenn jemand etwas kommuniziert also wenn jemand etwas von sich gibt dann will er in der Regel etwas erreichen oder bewirken im schlimmsten Fall auch Einfluss oder Manipulation was ja meistens negativ gehaftet ist auf der Appell Seite können also Wünsche Appelle Ratschläge oder auch Anweisungen kommuniziert werden die entweder offen oder verdeckt erscheinen hört der Empfänger eine Nachricht mit seinem Appell Ohr fragt er sich was soll ich jetzt tun oder was soll ich jetzt nicht tun glaube ich kommt es dann auch auf dieser Seite auch wirklich zum Konflikt meistens oder in diesem Fall schon wenn nicht klar ist was gemeint ist ja so und betrachtet man jetzt dann auch eben die unterschiedlichen vorgestellten Kommunikationsmodelle lassen sich dann natürlich auch oder lassen sich eben alle bei der Kommunikation des Propheten auch finden Wir zeigen euch dann im Anschluss an ein paar vorgestellte Kommunikationsmethoden oder Arten des Propheten auch zwei Beispiele und was auch ganz interessant ist ich glaube das wissen auch sicherlich einige oder eh alle dass der Prophet auch zum Beispiel im Buch von Michael Hart ich glaube die hundert einflussreichsten Menschen der Geschichte auch Erwähnung gefunden hat und dann auch wirklich dort eben auch den ersten sozusagen auf den ersten Platz gereiht wurde und das ist auch was ganz Bedeutendes denke ich mal subhanallah dass man wirklich dadurch auch von Nichtmuslimen sozusagen auch diese Zeichen gesetzt bekommt und eben auch die Bedeutung und Wichtigkeit der Kommunikationsmethoden oder allgemein der Erziehungsmethoden Lehrmethoden des Propheten Sallallahu auch zu unterstreichen und jetzt kommen wir auch zu den einigen wenigen auch von unzähligen Subhanallah Kommunikations Arten des Propheten und ganz wichtig auch glaube ich ist auch sehr bekannt eben die dreimalige Wiederholung oder das dreimalige Wiederholen der Prophet Sallallahu auch diese Methode auch bei manchen Imamen auch während der Freitagspredigten auch beobachten also das nehmen sie schon einige als Beispiel dann das Storytelling ich glaube das kennen viele auch aus dem Bereich der Pädagogik oder auch jetzt im Bereich der Persönlichkeitsbildung und auch der Prophet Sallallahu aleyhi wa sallam wandte diese Methode an also damit sich die Gefährten auch wirklich das Gesagte leichter einpringen konnten sprach er natürlich prägnant und klar er schuf mentale Bilder eben mit Worten und wiederholte wie schon erwähnt auch wichtige Botschaften oder Ideen dreimal parallel dazu verwendete er auch sehr starke die Stimme und auch die Gesten Hinweise also wie vorhin auch bei der Paravirbal Kommunikation und der Nonverbalen und die natürlich auch mit seinen Worten übereinstimmen konnten und hier kann man auch das Beispiel mit dem Mann und dem Durstigen Hund also den Hadith erwähnen der Prophet schuf einfach eine Szene eine Kulisse die sich dann wirklich auch einfacher und stärker auch einbringen ließ dann auch die Methode Analogien oder Vergleiche Gleichnisse setzen hier passt natürlich auch der Hadith mit dem Fluss vor dem Haus also wo der Prophet seine Gefährten nach jemandem fragte der vor seiner Tür einen Fluss hat und ob der jenige der jetzt fünfmal am Tag sozusagen badet am Ende des Tages dann noch Schnutz oder Dreck auf sich haben kann also dadurch stellte er eine Analogie auch zum fünfmaligen Gebet her und auch zur Reinigung und ja also einfach die Vorstellungskraft die er versuchte auch oder die Neugier der Zuhörer auch zu steigern also das ist ganz interessant und viele Lehrer wenden das dann auch an oder jetzt im Coaching Bereich dass man einfach auch wirklich die Wahrnehmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer versucht zu überprüfen also das finden wir alle die wohl häufigste Methode war es auch Fragen zu stellen und eben auch wirklich die Aufmerksamkeit und die Neugier auch oder das Nachdenken allein anzuregen und auch wirklich zu aktivieren ich glaube es gibt zahlreiche Achadies wo der Prophet beginnt soll ich euch erzählen oder wollt ihr wissen um einfach anzuregen und die Aufmerksamkeit auch dadurch zu steigern und das wäre auch denke ich für Eltern auch ein Tipp sich diese Methoden auch anzueignen sich damit auseinander zu setzen und wirklich die Kinder als gleichwertige Gesprächspartner auch mit einzubeziehen und sie wirklich auch in ihrer Rolle auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen dann die Illustration Zeichnung und Diagramm der Prophet verwendet auch Analogien um ein Thema auch verbal zu erklären also er verwendete auch Illustrationen um einen Punkt grafisch darzustellen und in diesem Zusammenhang zeichnete der Prophet auch eine gerade Linie durch den Sand und zeigte dann natürlich Linien nach rechts und Linien nach links von der ersten Linie abgehend also dann erklärt er ihnen anhand dieser Linien den geraden Weg und das ist ganz interessant wenn wir auch bedenken welche Methoden unzählige Methoden Kisten oder Koffer es gibt und die lassen sich dann auch den Propheten finden Die weitere Methode die der Prophet oft angewandt hat ist die Methode eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten und erregte dadurch zum Nachdenken an indem er eine Frage mit einer Gegenfrage erwiderte zum Beispiel als einmal ein Beduine den Propheten fragte wann ist die Stunde der Prophet antwortete darauf was hast du für diese Stunde vorbereitet weiter zum Beispiel praktische Anwendung Lernen durch Handlung und Erleben also seine Lehren basierten auch auf Lebenserfahrungen als Gelegenheit zur Unterweisung da gibt es auch viele Beispiele wo der Prophet etwas erklärt indem er einfach an Sache teil nimmt also zum Beispiel gemeinsames Vorbereiten des Essens einer kümmert sich um das Brennholz zum Beispiel ein anderer um das Schaf und so weiter oder beim Bau der Moschee in Medina wo er selbst mitgearbeitet hat dazu gehört auch die Demonstrationsmethode da benutzt er gelegentlich auch Gegenstände dazu zum Beispiel nahm er in die linke Hand Seide und in die rechte Hand Gold und sagte dass diese Dinge für die Männer seiner Oma verboten sind und für die Frauen erlaubt oder in einem weiteren Beispiel zeigte der Prophet die Gebetswaschung vor auch mehrmals was noch wichtig ist er mahnte quasi seine Gefährten keine unnötigen Fragen und Diskussionen zu führen also er warnte sie davor alles bis ins kleinste Detail zu diskutieren man macht sich dadurch das Leben manchmal selber nur schwer genau und dann auch eine weitere Methode wie wir sehen kann ist Teaching Moments also der Prophet fokussierte sich auch sehr stark auf situationsbedingte und wirklich auch individuelle Ratschläge wie auch in einem Hadis wo ein junger Sahabi in die Schlacht ziehen wollte und der Prophet ihn dann auch natürlich darauf fragte ob seine Eltern noch am Leben sind und er ihm dann auch den Ratschlag gab sich um seinen Eltern zu kümmern da gibt es reiche Beispiele und auch aus dem pädagogischen Bereich kenne ich Das ist ganz wichtig die Kinder und Jugendlichen auch in ihrer Lebensrealität auch wahrzunehmen und ihre Interessen auch zu verfolgen und das was sie beschäftigt und auch bedrückt und das zum Thema zu machen dazu natürlich auch die nächste Methode des Propheten was jetzt auch zu der vorigen auch gut dazu passen würde ist eben das aktive Zuhören und der Prophet schenkte den Menschen eine volle Aufmerksamkeit was jetzt absolut auch für diese Methode wichtig ist indem er sich mit seinem ganzen Oberkörper und nicht nur seinem Kopf zuwand oder irgendwie nur mit dem Finger deutete wo sie wirklich auch wertgeschätzt und akzeptiert und angenommen fühlten und in einer Versammlung saß er irgendwo in der Mitte was auch natürlich auf Gleichheit hindeutete und schaute auch niemanden zu lange ins Gesicht oder er benutzte seine volle Handfläche um auf Menschen zu zeigen anstatt mit dem Finger zu zeigen und sie nicht in Verlegenheit zu bringen also das ist auch ganz wichtig und Empathie also der Prophet ging mit Empathie auf die Fragen und wirklich auch die Anliegen oder generell auf die Gefährten und Gefährtinnen ein und forderte natürlich auch sie selber auch dazu heraus sich eben in die Rolle der anderen auch hinein zu versetzen und zu schauen wie geht es ihnen dabei und ich glaube ein sehr bekannter Hadith wäre auch Wagen zu Sinna wo der Prophet einen Gefährten Mutter deine Tante deine Tochter und so weiter wollen also es ist ganz ganz wichtig dass man auch wirklich sich in die Rolle auch versucht hinein zu versetzen und dann zu reflektieren wie stehe ich dazu und welche Haltung habe ich dazu dann Aufklärung ohne auch den Adressaten in Gelegenheit zu bringen ist auch ganz wichtig was man jetzt auch wirklich den Lehrerinnen und Lehrern ans Herz legen könnte dass man Schülerinnen und Schüler manchmal auch nicht auf etwas hinweisen sollte direkt sondern wirklich auch indirekt so wie es der Prophet auch getan hat also oft wusste der Prophet über ein falsches Verhalten einer seiner Gefährten sprach dann indirekt in einer Chutba oder bei einer Gelegenheit dieses Thema an und ohne dass eben derjenige auch blotgestellt wurde derjenige aber wusste sofort dass es um sein Fehlverhalten ging und hatte natürlich auch die Lösung wie er das was er tut oder eben das Fehlverhalten auch korrigieren kann und das ist dann auch wirklich ganz wichtig auch eben auch bei den Eltern vielleicht also bei Erzieherinnen und im Familienbereich wirklich dass man eben darauf achten sollte den anderen auch nicht in Verlegenheit zu bringen oder auch Schuldgefühle zu schaffen dann auch eine weitere Methode auch wirklich also face to face dass der Prophet viele seiner Gefährten auch zu sich nahm um einfach bestimmte Themen oder Anliegen auch persönlich oder direkt jetzt anzusprechen also nur mit diesem einen Gefährten ohne dass jetzt wirklich die gesamte Oma davon jetzt irgendwie etwas mit bekam ja es ist auch ganz wichtig dass man wirklich dann auch sozusagen Gespräch auf Augenhöhe auch führt und auch den Gesprächspartner wirklich dann auch in seiner Rolle auch ernst nimmt akzeptiert und respektiert dann Aufklärung Rufzeichen deswegen wir haben es auch schon vorab erwähnt wie wichtig auch die Aufklärung ist vor allem auch in Bezug auf Frauen spezifische Fragen oder Themen und dazu nahm sich auch der Prophet auch Zeit also extra sozusagen für die Frauen um eben über diese Themen auch zu sprechen über Sexualität ehrliche Beschwerden und Konflikte und und so weiter und das war ihm ein Anliegen und ja also das ist auch wirklich ganz spannend wenn man das heutzutage auch beobachtet dass das so ein Tabuthema ist und obwohl man sich wirklich auch mit diesen Thematiken und Anliegen und wirklich auch Problemen auch befassen sollte ja das waren jetzt einige Kommunikations Arten des Propheten wir haben uns jetzt einige Beispiele überlegt eigentlich und zu den schon in der Übersicht erwähnten Bereichen also auch Ehegefährten und das erste Beispiel betrifft Kommunikation in der Ehe und eventuell also es ist vermutlich auch ein für einige sehr bekannter Hadith es geht um einen Haushalt mit mehr Frauen und da kann es natürlich naturgemäß auch manchmal zu Eifersüchte und Konflikten zwischen den Ehefrauen des Propheten auch kommen und so ist eine Überlieferung bekannt dass Hafsa gegen Safia Radio Allah stichelte dies wird auch sehr gut ersichtlich wie empathisch mitfühlend der Prophet mit seinen Ehefrauen auch umging wie besorgt er um sie war wertschätzend er hörte ihnen zu nahm sie in ihrer Rolle auch wirklich war er hörte ihnen aktiv zu wie wir schon vorhin erwähnt haben er stärkerte ihr auch also das Selbstbewusstsein und das sieht man auch wirklich in diesem Hadith wie das Selbstbewusstsein auch von Safira auch gestärkt wurde indem eben der Prophet ihr auch sozusagen vor Augen führte wie wertvoll ihre Abstammung ist Vater Harun Onkel Musa Ehemann Mohammed und wir haben uns überlegt dass jetzt mal sozusagen anhand des Eisbergmodells das ein bisschen zu analysieren und man sieht jetzt eben auf der Sachebene also auf der sichtbaren Ebene des Eisbergs hat der Prophet die Information erhalten dies und jenes wurde gesagt deshalb ist Safir Radimahan traurig Konflikt kann theoretisch auf dieser Ebene gelöst werden dadurch eben die Aussage klar wird was jetzt die Konflikt Ursache ist also wir haben ja schon gehört dass diese Ebene auch wirklich überschaubar ist und man könnte dann eventuell auch leichter eine Konfliktsituation lösen weil man sie ja sozusagen erfassen kann nur auf der Beziehungsebene also unter der sichtbaren Oberfläche sind jetzt die verborgenen Gefühle die Erfahrungen die Bedürfnisse und so weiter jetzt von Sophia Radio auch was besteht jetzt der Prophet durch seine empathische Kompetenz konnte er sich natürlich in Sophia hineinversetzen und auch versuchen nachzuvollziehen welche verborgenen Ursachen für ihre emotionale Lage tatsächlich verantwortlich sind schauen wir jetzt mal was könnte jetzt bei Sophia unter der Oberfläche sein was ist jetzt eben verborgen also wir haben ja gesagt die Gefühle Erfahrungen Bedürfnisse und so weiter was könnte das sein Jüdin Sklavin Konvertitin nicht vollwertige Muslime dadurch ja dass sie konvertiert ist jüdische Abstammung hat und natürlich auch ganz alleine in dieser Situation ist also wenn wir uns wirklich versuchen in sie hineinzuversetzen was für Gefühle könnten das sein was könnte sie beschäftigen welche Erfahrungen bringt sie mit sich Traumata und so weiter jetzt schauen wir mal Hafsa unter die Oberfläche und vielleicht ist sie eifersüchtig weil Sophia offensichtlich sehr hübsch war also das ist ja bekannt oder eine Verbindung Allianz mit Aisha weil diese auch die Lieblingsfreude des Propheten war anhand dieser Methode kann man dann also üben sich wirklich in andere hineinzuversetzen und versuchen zu innovieren was unter der Oberfläche des anderen jetzt wirklich ist also vielleicht irgendwelche Ängste oder so das ist wirklich ein wunderbares Beispiel und man könnte das wirklich auch mit alltäglichen Gesprächen jetzt versuchen zu analysieren oder kleine Konflikte in der Familie oder in der Arbeit und wirklich auch um die Oberfläche zu schauen was könnte eigentlich das Verborgen sein bei mir selber aber auch beim anderen und das erleichtert dann natürlich wirklich auch eine wertvolle und wertschätzende Gesprächsbasis auch zu finden so für das Thema Kommunikation mit den Gefährten gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten wir haben uns für diese Überlieferung entschieden wo der gesamte Allah darüber spricht wie man sich Allah annähern kann vor allem auch durch zusätzliche Ibadat und dass Allah einen dann liebt wie kann man dies nun nach dem Vier-Ohren Modell analysieren wenn man den HDI setzt beziehungsweise das Gesagte auf die vier Ebenen übertragen will was ist auf der Sachebene auf der Inhaltsebene da steht einfach die Information dass die Annäherung an Allah durch zusätzliche Frömmigkeit von Allah belohnt wird Appelle Ebene nähere dich Allah an durch zusätzliche Frömmigkeit also quasi hol dir alles Liebe und Beistand die Beziehungsebene was vermittelt der Prophet also ihr seid mir wichtig und ich möchte dass ihr dadurch stets von Allah begleitet und unterstützt werdet sei es jetzt bei jeder Handlung oder durch Zufluchtnahme oder Erhörung des Doar Selbstoffenbarung das ist jetzt natürlich ein bisschen heikel da etwas hinein zu interpretieren es geht schließlich um den Propheten aber was sieht man deutlich man sieht deutlich dass der Prophet seine Gefährten liebt und er weiß was die Dunja und ihre Herausforderungen sind und er will dass sie durch zusätzliche Ibadah sich Allah nähern die Liebe Allah erlangen und das wichtigste hier ist er will für seine Gefährten das gleiche wie für sich selbst das heißt er lebt für seine Oma und liebt sie und will für seine Gefährten das Paradies und das ist auch wirklich ganz interessant wenn man jetzt auch ein Gespräch analysieren würde auch zwischen Mutter und Tochter wir hatten das auch mal als Beispiel mit Hijab was ist jetzt der Mutter wichtig die Mutter will für ihre Tochter dass sie den Hijab trägt was ist jetzt aber der Tochter wichtig das ist einfach eine Methode oder man kann das wirklich auf alle diese vorgestellten Methoden könnte man wirklich auch versuchen herauszufiltern was den Gesprächspartnern jetzt auch wirklich wichtig ist und welche Argumente sie mit sich bringen und das dann wirklich auch sozusagen mein Gegenüber auch versucht sich in meine Rolle oder das was mir wichtig ist auch hinein zu versetzen und versucht nachzufolgen warum mir das wichtig ist und man kann es ja nicht akzeptieren aber man kann einfach das versuchen zu respektieren und damit man dann eine gesunde Gesprächsbasis auch dann dadurch entwickelt eine nachhaltige eher und dann ließen sich auch andere Thematiken dann leichter erarbeiten Ja zum Abschluss haben wir ein paar Impulse die wir euch mitgeben möchten eben aus der folgenden Aya ihr die den Iman verinnerlicht habt seid euch Allahs bewusst und sprecht auf richtige Worte also sprich ehrlich Nein sagen auch wenn man also wirklich Nein meint ja also nicht jetzt irgendwie ein Mitläufer sein sondern Nein ist Nein oder Nein bedeutet Nein Klartext sprechen weniger ist mehr also man soll klare Anweisungen geben was man will oder was man sich erwartet es erspart einfach Missverständnisse und das kann man wirklich auf jeden Bereich übertragen als Pädagogin kann ich das auch sagen wenn man eine klare Anweisung zu einem Auftrag erteilt dann kennen sich auch die Schülerinnen und Schüler aus und es kommt natürlich auch zu keinen Missverständnissen natürlich kann immer etwas hier und da passieren aber ist dann eher nicht eben der sozusagen Regelfall dann je klarer man also spricht desto größer ist auch wirklich die Wahrscheinlichkeit dass das Gegenüber auch tatsächlich eben das versteht was man auch ausdrücken will auch einfach keine Scheu dazu haben einfach wirklich klartext sprechen auch der Prophet hat immer klar gesprochen und auch dementsprechend klare Anweisungen gegeben und durch Nachfragen oder dieses mehrmalige Wiederholen hat er sich auch eben rückversichert ob auch wirklich das von ihm auch wirklich Gesagte bei den Adressaten und bei der Zielgruppe auch wirklich angekommen ist dann sprich schön und mit Güte Allah liebt das Schöne sehr empathisch und höre auch aktiv zu also man soll sich bemühen sich in den anderen hinein zu versetzen das haben jetzt einige Male schon gesagt und erwähnt also beim aktiven Zuhören sich auch wirklich den anderen einlassen nicht jetzt unterbrechen und nachfragen das Gesagte einfach wiedergeben wenn etwas unklar ist also verbal zustimmen ja ich verstehe da gebe ich dir recht und auch nachfragen kannst du das bitte noch einmal genauer erklären das habe ich nicht gut verstanden die eigene Meinung auch am Anfang eher zurückhalten also man könnte auch wenn es um eine Gruppendiskussion geht beim aktiven Zuhören jetzt auch man könnte dann auch Argumente sammeln die unterschiedlichen Meinungen und dadurch währenddessen dann auch seinen Standpunkt irgendwie reflektieren und man ist eigentlich im Vorteil dann Pausen aushalten und nicht auch wirklich dazwischen reden das ist ganz wichtig dann beim aktiven Zuhören jetzt nonverbal ein offener Blick nicken man kann auch oder man sollte einfach versuchen auch den Blickkontakt auch zu halten und man kann sie natürlich auch immer Notizen machen das ist auch ganz wichtig dass man wirklich dann auch dem Gegenüber zeigt dass man seinen Gegenüber oder eben den Gesprächspartner jetzt wahrnimmt in seiner Rolle und auch es zeigt einfach Wertschätzung und Interesse auch dann spricht differenziert jeder ist einzigartig also das muss man glaube ich nicht jetzt mehr erläutern das sagt schon alles ermahne achtsam und lass auch Streitpunkte nicht eskalieren also bleibe auch bei einer Diskussion oder in einem Konflikt gerecht ist ganz wichtig respektiere eben das Gesagte auch wenn du es nicht akzeptierst das bedeutet habe Respekt einfach vor anderen Meinungen auch wenn du jetzt diese Meinung nicht vertrittst oder eben nicht der gleichen Meinung bist aktuelle Beispiele Impfung oder Fick-Thematiken die glaube ich begleiten uns immer sei dir deiner Interaktion bewusst und bleibe auch wirklich authentisch sei reflektiert aus vielen lässt sich lernen also Selbstreflexion bewirkt auch wirklich runter und allgemein die Selbstreflexion behilft einem auch wirklich zu wachsen und wer Iman an Allah und den jüngsten Tag hat soll auch gute Sprechen unterscheiden das kennen wir ja auch schon in diesem Sinne bedanken wir uns herzlichst für eure Teilnahme von 2 2 3 4 5 10 4 6 7